Astrid Lindgren Brit Marie erleichtert ihr Herz Gelesen von Isabel Korda Erster Sonntag im Advent Liebe Kaiser, wie ist das Adventswetter in Stockholm? Kein Schnee, hoffe ich, dann sonst werde ich grün vor Neid. Übrigens direkt beklagen kann man sich über unser hiesiges Adventswetter auch nicht. Wenn auch kein Schnee liegt, so sind die Bäume doch von Raureif überzogen und eine kleine rote Wintersonne strengt sich tapfer an, den nebligen Himmel zu erleuchten. Es will ihr zwar nicht ganz gelingen, aber es ist doch erfreulich, dass ihr es wenigstens versucht. Heute Morgen war die ganze Familie schon sehr früh auf den Beinen, um das erste Adventslicht anzuzünden. Mama spielte und wir sangen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit Und ganz plötzlich fühlte man, dass bald Weihnachten ist. Ich finde immer, Weihnachten ist wie eine große Flamme, die das Dezemberdunkel erhellt. Und am ersten Adventssonntag bekommt man diese Flamme von Weitem zu sehen. Dann nähert sie sich jeden Tag ein wenig mehr, bis sie am Heiligabend hell erstrahlt und uns das Herz erwärmt. Nach dem Frühstück machten Svante und ich mit Jerka einen flotten Spaziergang. Wir wanderten durch den Wald auf das Dorf Skerz Hul zu. Selbst wenn ich mir noch so große Mühe geben würde, könnte ich dir nicht beschreiben, wie schön es war. Ich könnte dir was über glitzernde Diamanten schreiben. Aber du hättest die Bäume schon selber sehen müssen, denn deine Fantasie reicht bestimmt nicht, dir diese Pracht vorzustellen. Jerka trabte zwischen den Bäumen herum wie ein kleiner Hund und hat dabei einen doppelt so weiten Weg hinter sich gebracht wie Svante und ich. Draußen vor Skerz Hul liegt eine verfallene Tagelöhnerhütte. Dorthin gingen wir. Im Sommer, wenn der Flieder und die alten knorrigen Apfelbäume blühen, ist es dort herrlich. Aber ich finde es immer traurig, sich vorzustellen, dass dort einmal Menschen gelebt haben, die in der Hütte gewohnt und rings um das Feld bestellt haben und dass alles nun so öde und verfallen da liegt. Vielleicht hat der Tagelöhner, der die jungen Apfelbäumchen nach Hause gebracht und eingepflanzt hat, gehofft, dass seine Kinder und Kindeskinder und Kindeskindeskinder dort wohnen und immer wieder neue Apfelbäume pflanzen werden, wenn die alten eingegangen sind. Glaubst du das nicht auch, Kaiser? An der Tür war kein Schloss mehr. Wir konnten also hineinspazieren. Überall in den Ecken und Winkeln hing Spinnengewebe und alle Fensterscheiben fehlten. Deutlich sah man, dass viele, viele Füße die Dielen abgenutzt hatten. Die ganze Hütte bestand aus nur einem Raum und der Küche. Und in der Stube stand der riesige, offene Kamin. Wer weiß, wie viele kleine Tagelöhnerkinder davor gesessen und sich die Füßchen am Feuer gewärmt haben, während die Mutter in der Küche die Grütze kochte und die Dunkelheit wie eine Mauer vor den Fenstern stand. Jerka stöberte überall herum und kam schließlich mit einem Päckchen alter Briefe an, die er in einem Verschlag gefunden hatte. Es waren Briefe aus Amerika, abgeschickt in Duluth, Minnesota. Sie trugen Daten aus dem Jahr 1885. Deshalb fand ich, es sei keine Sünde, sie zu lesen. Hilma Karlsson hatte sie an die Eltern in Scarcehold geschrieben. Es sei recht nett in den Staaten, schrieb sie, wenn man auch hart arbeiten müsse und es für nichts tun, kein Money gebe. Und sie hatte so große Sehnsucht nach den Eltern und Mutters Grützwurst. Ja, aber liebe Hilma, was hattest du denn in Amerika zu suchen? Du hättest doch in Ruhe und Frieden zu Hause bleiben und Grützwurst essen können. Dann wären Vater und Mutter nicht einsam gestorben. Und Scarcehold wäre jetzt keine Ruine. Aber wer weiß, vielleicht war Hilma ja so arm, dass Amerika für sie der einzige Ausweg war. Am Nachmittag fiel Jerka in die Badewanne, als er seine Borkenboote segeln lassen wollte. Über dem Ohr hatte er eine große Platzwunde und Maiken musste mit ihm ins Krankenhaus, damit sie genäht wurde. Klar, dass er sich als Held des Tages fühlte, als er mit einem eindrucksvollen Verband zurückkam. Aber die Pausen wolle er in den nächsten Wochen nicht auf dem Schulhof, sondern lieber in der Klasse verbringen, erklärte er. Na, warum das denn? fragte ich arglos. Der Schulhof kann doch deinem Ohr nicht schaden. Denkst du, antwortete Jerka entrüstet. Hast du eine Ahnung, was bei uns in der Schule los ist? Wenn ich mich in der Pause unten blicken lasse, ist mein Ohr bestimmt futz. So sprach der kleine Krieger. Aber tatsächlich sind diese Kneblein untereinander nicht gerade zimperlich. Als ich neulich an der Schule vorbeiging, sah ich, wie Jerka mit Indianergeheul kopfüber in ein Knäuel von fünf oder sechs Jungs stürzte, die sich rücksichtslos rauften. Es ist also sicherlich klug von ihm, vorläufig während der Pausen im Schutz des Klassenzimmers zu bleiben. Sonst gibt es aus Smorstad nichts Neues zu berichten. Doch, wir waren ja bei Marianne eingeladen. Magst du hören, wie es war? Es gab Tee, Butterbrote und für Stieg Henningson einen kräftigen Dämpfer. Das wäre als positive Bilanz dieser Fete zu verbuchen. Stieg hielt sich ewig lange vor dem Spiegel im Korridor auf, zupfte an der Krawatte, kämmte im Haar herum und wirkte ungemein zufrieden beim Anblick seines Abbildes, sodass einer der Jungs schließlich spöttisch zu ihm sagte, Na, Stieg, macht Spaß, sich zu spiegeln, was? Na klar, mir geht es eben wie den Blümlein auf der Sommerwiese. Ich erfreue mich an meiner eigenen Schönheit. Der nächste Satz kam von Bertil, der ganz trocken bemerkte, Schön, jemanden zu sehen, der sich über so wenig freuen kann. Bestimmt sind schon witzigere Bemerkungen gemacht worden, ich will das nicht leugnen. Jedenfalls war Stieg ziemlich geplättert und das ist ja nur gesund für ihn. Sogar sehr gesund. Er wohnt übrigens in derselben Pension wie Marianne, ist also gleich bei der Hand und kaum zu übergehen, Sonst hätte man ja vielleicht einen angenehmeren Kavalier finden können. Marianne kriegte traumhaft schöne Geschenke. Herr und Frau Direktor hatten ihr Äußerstes getan, den 15. Geburtstag ihrer Tochter würdig zu feiern. Hört zu! Einen kleinen Reisekoffer aus Schweinsleder, zwei Pyjamas aus herrlicher Japanseide, ein rotes Maniküretui, ein reizendes silbernes Armband, 25 Kronen bar und drei Paar von den neuen teuren Nylonstrümpfen. Aber kein einziges Buch. Ich müsste mindestens fünfmal Geburtstag haben, um so viele Dinge einzuheimseln wie Marianne an einem einzigen. Und trotzdem, hätte ich Geburtstag und bekäme kein Buch, ich würde an der Weltordnung zweifeln. Ansonsten war es unheimlich lustig und höchst verglücklich. Anfangs tanzten wir, aber es endete damit, dass wir uns wie Kinder benahmen. Wir spielten doch wahrhaftig blinde Kuh und sucht das Pfand. Hast du sowas schon gehört? Wir spielten auch Verein der unvorbereiteten Redner. Und Bertil hielt eine echt witzige Rede über einen Vergleich zwischen dem Seelenleben der Pinguine und dem der Schönheitskönigin. Ich selbst bekam den Auftrag, über Schinken zu sprechen. Und das fand ich doof. Und kann nicht behaupten, dass ich es gut machte. Aber findest du nicht auch, dass das ein ausgesprochen idiotisches Thema war? Wahrscheinlich wollte jemand, dass es mir die Sprache verschlägt und ich blamabel stumm bleibe. Aber Pustekuchen. Ich sprach über unser nationales Weihnachtsfestessen, den Weihnachtsschinken und dann über Weihnachtssitten und Gebräuche. Ätsch! Jetzt schließe ich mit Ermahnungen. Beginne schleunigst mit den Weihnachtshandarbeiten, stricke Topflappen und häkle kleine überflüssige Deckchen, damit man nicht nur im Kalender sieht, dass es bald Weihnachtet. Britt-Marie Wenn du nicht diejenige warst, die gestern Abend im weißen Kaninchenpelz und mit Lichterkrone durch die Straßen Stockholms fahren durfte. Hier bei uns haben wir den Lucia-Tag auch feierlich begangen. Unsere Lichtkönigin war Alida, die in ihr bestes, weißes, besticktes Nachthemd geschlüpft war. Ich habe mir zwar immer vorgestellt, dass eine Lucia zierlich sein muss und auf keinen Fall über 90 Kilo wiegen darf, aber das war wohl nur ein Vorurteil, das ich endlich über Bord werfen muss. Wie auch immer. Es war ein Riesenspaß, als Alida den Kranz mit brennenden Kerzen auf dem Kopf erschien. Ihre tiefen, wenn auch ein wenig falschen Brusttöne, mit denen sie ihr Sancta Lucia-Lied losschmetterte, ließen zwar fast die Decke einstürzen, aber als sie mir dann den Kaffee und die ganz frischen Safranbrötchen und Pfefferkuchen servierte, fand ich die ganze Lucia-Zeremonie doch wieder wunderbar. In Alidas Fußspuren, aber völlig von ihrer stattlichen Gestalt in den Schatten gestellt, folgte der kleine Sternenknabe Jerka mit dem Spitzhut auf dem Kopf. Ein zahnloseres Sternenkind ist auf der nördlichen Halbkugel bestimmt nie gesichtet worden. Es war ihm gelungen, noch am Tag vorher zwei weitere Zähne loszuwerden. Ich habe nicht gewusst, dass Kinder so viele Zähne auf einmal verlieren können, aber Jerka macht seine Sache gründlich, das muss man ihm lassen. Als ich den Kaffee ausgetrunken hatte, schlich ich hinter Alida her ins Kinderzimmer. Ich musste unbedingt Monikas Gesicht sehen, wenn Alida bei ihr erschien. Sie würde wohl Bauklötze staunen. Aber nein! Sie setzte sich in ihrem Bettchen auf, sah Alida ein Weilchen nachdenklich an und stellte dann nur unbeeindruckt fest, du hast Lichter auf dem Kopf. Das war alles. Nachdem sich Alida ungefähr fünfmal durch Sankta Lucia hindurchgesungen hatte, hatten wir alle genug von dem Lied. Außerdem war es höchste Zeit, sich zur Schule zu trollen. Die Straßen waren noch dunkel, aber in fast allen Fenstern brannte Licht. Viele Menschen waren unterwegs und hatten fröhliche Gesichter. Sag du also nicht, dass sich die Kleinstädter vor dem Lucia festdrücken. Ich war etwas verspätet und musste deshalb das letzte Stück rennen. Aber es gelang mir doch noch, durch die Tür zu schlüpfen, ehe die Schulohr mit ihren acht Schlägen fertig war. Unsere Direktorin hielt die Morgenandacht. Das tut sie meistens selbst. Tut es mal jemand anders, finde ich immer, der Tag hat nicht richtig angefangen. Ich mag ihre ruhige Stimme so gern und ich mag die klugen Augen, mit denen sie uns anschaut. Ich spüre dann immer sehr stark das Verlangen, genauso brav und nett zu sein, wie sie anscheinend glaubt, dass man ist. Sie ist eine gute Lehrerin, aber ein noch besserer Mensch. Und? Sagt Papa. Darf ich wählen zwischen einem schlechten Lehrer, der ein guter Mensch ist, und einem guten Lehrer, der ein schlechter Mensch ist, dann wähle ich ohne Zweifel den Ersten. Wir alle sind überzeugt davon, eine Direktorin zu haben, die in jeder Beziehung gut ist. Und das eine weiß ich. Würde ich eines Tages in eine schlimme Situation geraten, in der ich mir nicht zu helfen weiß und könnte Mama und Papa nicht erreichen, ich würde mit meinen Sorgen schnurstracks zu meiner Direktorin laufen. Der Andachtsraum war mit Kerzen geschmückt und Kerzen hatten wir auch im Klassenzimmer. Der Tag fing also festlich an und er klang eigentlich auch festlich aus. Das Rote Kreuz veranstaltete nämlich einen Unterhaltungsabend im Gymnasium. Unter anderem wurde ein kleines Stück aufgeführt, das schon im Frühjahr, am Tag des Kindes gespielt worden war. Svante und ich hatten jeder eine Rolle in diesem Stück. Es gehört zur Rolle, dass ich an einer Stelle Svante ordentlich zu verprügeln habe. Und du kannst mir glauben, dass ich mit großem Alpha und wahrer Wonne zu Werke ging. Denn Svante hatte vorher die ganze Zeit, wenn er mit dem Rücken zum Publikum stand, versucht, mich durch wildes Grimassenschneiden dazu zu bringen, aus der Rolle zu fallen und zu lachen. Und tatsächlich brachte er mich so weit, dass ich die betrübliche Nachricht, ihre Gnaden werden am Donnerstag beerdigt, nur mit einem schlecht unterdrückten Kichern verkündete. Nach alledem wird es dich, liebe Kaiser, kaum wundern, dass ich nach der Vorstellung von dem Regisseur ein Extralob für meinen realistischen Einsatz in der Prügelszene erhielt. Aber noch ein Unglück traf Svante. Er hatte nämlich an einer Stelle zu sagen, Gefahr ist im Verzuge. Aber wahrscheinlich hatte er so heftig Grimassen geschnitten, dass sich auch seine Zunge verhedderte. Oder er war durch seine blöde Leinen selber verblödet. Denn er sagte, vermisst nie im Zuge! Ich musste mich umdrehen und schnell an etwas sehr trauriges denken, damit ich nicht losbrustete und einen öffentlichen Skandal auslöste. Aber jetzt weiß ich wenigstens, was ich zu sagen habe, wenn Svante mich wieder einmal ärgern will. Dann werde ich Stimme und Hand erheben und sagen, vermisst nie im Zuge! Nach dem Theaterstück gab es Gesang in Hülle und Fülle. Und zwar von zwei Damen, die einander statt zu singen lieber die Haare ausgerissen hätten. Die eine ist Musiklehrerin und unterrichtet sowohl an unserem Lyzeum als auch am Gymnasium. Sie hat eine schöne Stimme. Das kann man von der anderen Dame beim besten Willen nicht behaupten. Sie ist eine unglaublich willensstarke Person, verheiratet mit dem Zeichenlehrer des Gymnasiums. Frau Ahlberg, so heißt sie, weiß, wo der Schrank stehen soll. Und man kann sich darauf verlassen, dass sie ihn dort auch hinstellt. Herrn Ahlberg, dem Bescheidensten und Friedfertigsten in der Zunft der Zeichenlehre, bleibt nichts weiter übrig, als sich zu fügen. Frau Ahlberg lebt in dem Irrglauben, dass sie singen kann. Und wenn sie einmal angefangen hat, hört sie sobald nicht wieder auf. Als das Festkomitee Fräulein Andersson mit dem Gesangsdarbietung beauftragte, rastete Frau Ahlberg natürlich aus. Im Galopp kam sie zu Mama gerannt, die beim Roten Kreuz einigen Einfluss hat, und hockte mit tragischer Miene und wehem Blick einen ganzen Nachmittag bei uns, um Fräulein Andersson pausenlos zu verleumden. Aber Mama mit Verleumdungen zu kommen, hat ungefähr ebenso viel Aussicht auf Erfolg wie einen bengalischen Königstiger mit Zwieback füttern zu wollen. Sobald Frau Ahlberg Neid und Missgunst gegen Fräulein Andersson erkennen ließ, lenkte Mama das Gespräch auf sehr philosophische Allgemeinthemen. Ich saß im Nebenzimmer und hörte zu und amüsierte mich köstlich. Frau Ahlberg konnte sagen, was sie wollte. Es gelang Mama immer wieder, den Übergang zu einer Diskussion über Ethik oder Moral des heutigen Menschen oder Ähnliches zu finden. Aber Frau Ahlberg war zäh. Sie wollte nicht von ihrem Thema lassen. Und schließlich sagte Mama, Und wie wäre es, meine liebe Frau Ahlberg, wenn Sie mit Fräulein Andersson ein kleines Duett singen würden? Dass Frau Ahlberg nicht aufschrie, wunderte mich. Aber wütend war sie, als sie antwortete, Frau Hagström, Sie belieben wohl zu scherzen. Dann ging sie und Mama sagte, Puh, singen scheint einen nicht zu einem besseren Menschen zu machen. Aber dann hatte Mama doch wohl Mitleid mit Frau Ahlberg und das Ergebnis war, dass sie auch singen durfte. Singen lassen kann man sie ja, Ja, sagte Mama. Die Schwierigkeit ist nur, sie wieder zum Aufhören zu bewegen. Unter anderem sang Frau Ahlberg auch das, Wo die Birken rauschen. Ja, du weißt schon. Und sie trellerte höchstgefühlvoll, einander das Leben zu versüßen. Herr Ahlberg saß auch im Saal und ich möchte wissen, was er gedacht hat. Wahrscheinlich das, was Svante murmelte. Einander das Leben zu verbitteren. Svante stand nämlich hinter dem Vorhang und hörte zu. Denk nur, Geißer, bald ist die Schule für dieses Jahr zu Ende. Es wird toll, die Schularbeiten für eine Weile los zu sein und sich ausnahmsweise mal im Hause zu betätigen. Maiken hat damit bereits angefangen. Mit Alidas Hilfe hat sie das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Sie kann sich ein christliches Weihnachtsfest nicht vorstellen, wenn nicht jedes Fenster geputzt, alle Dielen gebohnert und jedes einzelne Silbermesser so poliert ist, dass man sich darin spiegeln kann. Alles Gute für dich. Dass wir noch einmal Zeit finden, uns vor dem Fest zu schreiben. Hofft. Deine Britt-Marie 22. Dezember Liebe Kaiser, nimm einen Liter Milch, zwei Esslöffel Zucker, drei Esslöffel Maizena sowie drei Eier und rühre alles in einem Topf auf kleiner Flamme. Was glaubst du wird es geben? Im Kochbuch steht Maizena-Creme. Aber das wurde es bei mir nicht. Es wurde eine Art Kleister. Jedenfalls weigerte sich die Familie, es als Nachtisch anzuerkennen. Alle außer Jerker, der mit den Schweinen gemein hat, dass er ein Allesfresser ist. Natürlich war das bitter. Da kommt man nach Schulschluss nach Hause und wirft sich mit seinen ganzen jugendlichen Elan und aufgekrempelten Ärmeln auf die Hausarbeit. Und was ist das Ergebnis? Kleister und außerdem Hohn und Spott von Seiten der nächsten Angehörigen. Besonders von Zwanter. Woher hast du das Rezept? fragte er, nachdem er den Kleister probiert hatte. Aus dem Kochbuch, wenn du es wissen willst, antwortete ich wütend. Gut, sagte er. Gut, dass du es da rausgenommen hast. Es hätte nie drin stehen dürfen. Und als ich Maiken anbot, ihr beim Pfefferkuchen backen zu helfen, sagte er, Bloß nicht, Maiken. Lass sie lieber abwaschen oder Holz holen. Denn sonst süßt sie uns die Pfefferkuchen noch mit Arsen. Ach ja, sagte ich. Fahr du deinen Mist ruhig im Zug. Im Übrigen, keine Sorge. Für dich lege ich mein Geld nicht in Arsen an. Es wird billiger, dich totzuschlagen. Damit versetzte ich ihm meinen berühmten rechten Haken. Aber die Hoffnung, ihn dadurch zu dämpfen, wurde enttäuscht. Er lachte nur. Und da fand ich es klüger, mitzulachen. Hat Schluss jetzt, Kinder, befahl Maiken. Sie schaltet und waltet wie ein General vor einer großen Schlacht. Und ehe wir blinzeln können, hat sie Arbeit für uns. Svante und Jerka sollen so viel Holz holen, dass es für alle Feiertage reicht. Und ich backe Pfefferkuchen. Monika klatscht und patscht an einem Klacks Pfefferkuchenteig herum und formt daraus die seltsamsten Figuren. Alida backt Weißbrot und Safranbrötchen und Unmengen von Plätzchen. Maiken stellt die Speisekarte für die Feiertage zusammen und bestellt so viele Lebensmittel, dass man glauben könnte, sie hätte die Absicht, die ganze Stadt zu beköstigen. Mama kauft Weihnachtsgeschenke ein, die sie am nächsten Tag bestimmt wieder umtauscht. Und Papa? liest. Das Großreinemachen ist beendet. Nur am Tag vor Heiligabend werden wir hier und dort noch ein wenig nachputzen. Die Weihnachtswürste sind fertig, die Sulze ist steif und der Fleischer hat den Schinken geliefert. Von uns aus kann es also losgehen. Die Sahnebonbons haben wir neulich abends gekocht und ich finde, es ist die netteste aller Weihnachtsvorbereitungen. Wir versammeln uns dazu alle in der Küche. Auch Mama und Papa. Papas Aufgabe besteht darin, uns mit Vorlesen zu unterhalten und Monikas uns um die Füße herum zu wuseln. Jedes Mal, wenn sie in der Nähe des Herdes auftaucht, schlägt einem das Herz bis zum Halse hinauf. Jerke hält es für seine Aufgabe, die noch heißen Bonbons zu kosten. Das macht er jedes Jahr und jedes Mal steigt derselbe wilde Schmerzensschrei zur Decke empor. Und da heißt es, Gebranntes Kind scheut das Feuer. Auf jeden Fall scheuen gebrannte Kinder nicht heiße Sahnebonbons. Das kann ich bezeugen. Ich wünschte, du wärst heute Abend hier. Dann könnte ich dir bei uns in der Küche Kaffee kochen und du könntest das Gebackene probieren. Gerade jetzt ist unsere Küche so gemütlich und hübsch mit dem bunten Flickenteppich auf den Dielen, den blank gescheuerten Kupferkesseln an den Wänden, der rot karierten Decke auf dem großen Tisch und dem gefransten Seidenpapier um die Herzstange. Ich komme mir so reich vor, wenn ich in die Speisekammer gucke, die vollgestopft ist mit Esswaren für Weihnachten und mit Keksdosen, die fast überquellen. Stell dir mal vor, dass schon in zwei Tagen Weihnachten ist und jedes Mal ist man wieder gespannt und aufgeregt. Wenn ich eines Tages bei dem Gedanken an Heiligabend nicht mehr das Kribbeln im Magen verspüre, an dem Tag weiß ich, dass ich alt bin. Morgen wollen Svante und ich Weihnachtsgeschenke einkaufen. Natürlich ist es eine Unsitt, damit bis zur letzten Minute zu warten. Aber was soll man tun, wenn man nun einmal so veranlagt ist? Maiken hat ihre Geschenke schon seit Wochen beisammen. Aber sie will trotzdem mitkommen, um Jerka und Monika beim Einkaufen zu helfen. Es wird also eine ganze Karawane werden, die da morgen zu Weihnachtsbesorgungen auszieht. Auf irgendeine Weise gefällt mir aber der Weihnachtseinkauf in letzter Minute, wenn alle Geschäfte proppenvoll mit Menschen sind. Sicher muss man dann doppelt so lange warten, aber man trifft doch immer Bekannte, mit denen man reden kann und denen man Ratschläge wegen der zu kaufenden Geschenke erteilen kann. Ich bin immer sehr geschmeichelt, wenn jemand meine Ansicht über die Qualität von gefütterten Unterhosen oder Unterhemden wissen will. Kauft man Weihnachtsgeschenke ein, muss es voll sein. Das ist meine Meinung. Andere Menschen dürfen von mir aus schon kurz nach Ostern Weihnachtsgeschenke kaufen, wenn es ihnen Spaß macht. Kaiser, Kaiser, es schneit. Es schneit. Ja, ungelogen. Es schneit. Der erste Schnee. Und da habe ich nun hier gesessen und dir geschrieben und nichts davon bemerkt. Und wie ich plötzlich den Kopf hebe und aus dem Fenster gucke, wirbelt da draußen doch wahrhaftig der feinste, reinste, weißeste Schnee herunter. Zwei Tage vor Weihnachten. Ist das nicht ideal? Morgen Abend wollen Zwante und ich den Weihnachtsbaum von unserem alten Lieferanten am Schmiedehügel holen. Ich glaube, wir nehmen den langen Rodelschlitten. Darauf liegt der Baum sicher gut. Kannst du das vor dir sehen? Wir auf dem schmalen Waldweg zwischen den schneebedeckten Tannen, die Sterne über unseren Köpfen in der großen Stille? Wenn das keine Weihnachtspostkarte ist, verstehe ich nichts von Weihnachtspostkarten. Jetzt aber, Kaiser, will ich dir von ganzem Herzen ein richtig gutes, altmodisches Weihnachtsfest wünschen mit Frieden und Freude und all dem, was du ersehnst. Deine Britt-Marie Zweiter Feiertag Liebe Kaiser, findest du nicht auch, dass der ganze Rummel um Weihnachten mit Tannenbaum und Festessen und Geschenken maßlos übertrieben wird? Ich glaube es jedes Jahr wieder, wenn ich am zweiten Feiertag faul und vollgefuttert nur herumsitze. Wehe dem, der mir dann Wurst oder Schinken anbietet. Handgreiflich zu werden schaffe ich allerdings nicht, aber ich kann durch einen entsprechenden Blick zu verstehen geben, wie unpassend das Angebot ist. Aber ich möchte nicht undankbar sein. Ich habe herrliche Weihnachten gehabt. Das kann ich selbst im Zustand der Übersättigung nicht leugnen. Soll ich dir erzählen, wie wir gefeiert haben? Da du keine Gelegenheit hast, Nein zu sagen, nutze ich deine Wehrlosigkeit aus und beginne. Als wir Heiligabend morgens aufwachten, da war wirklich Weihnachten. Während wir noch schliefen, hatten Mama und Maiken alle Dinge hervorgekramt, die nun mal zum Fest gehören und jedes Jahr wieder auftauchen. Die roten Holzleuchter, die Strohböcke, der kitschige Zwerg aus Pappmaché, der aus Papas Elternhaus stammt. Die Weihnachtsengel, die Taube, die an der Baumspitze schweben soll, die Krippe mit dem Christkind. Kurz, alle die Dinge, an die ich mich seit meinem ersten Weihnachtsfest so gut erinnere. Monika wurde beinahe wild vor Entzücken, als sie das alles sah. Besonders begeistert war sie von der Krippe. Kleiner, süßer Jesus, rief sie und klatschte in die Hände. Im Nu waren wir angezogen. Alida hatte den Kamin im Wohnzimmer geheizt und dort tranken wir Kaffee, wie wir es immer am Morgen des Heiligabends tun. Und der Kaffee wurde aus der alten Kupferkanne serviert, die nur zu Weihnachten benutzt wird. Alle Sorten von Plätzchen und Kuchen standen auf dem runden Tisch. Pfefferkuchen, gefüllte Kränze, Mandelmuscheln, Zuckerbrezeln und Nusskringe. Und jedes Gebäck hatte seine traditionelle Form. Einmal hatte Alida versucht, neue Formen bei uns einzuführen. Aber diese neumodischen Plätzchen wurden mit so tiefem Misstrauen gemustert, dass sie es nie wieder wagen wird, unser Weihnachtsgebäck zu modernisieren. Inzwischen war die Sonne aufgegangen. Und als wir durch das Fenster in den Garten sahen, rief Svante, das ist gelogen. Und wirklich konnte man so ein Weihnachtswetter kaum für wahr halten. Wie oft haben wir gerade an diesem Feiertag keinen Schnee oder höchstens Schneematsch. Aber jetzt lag der ganze Garten in das weißeste Weiß gehüllt in blendendem Sonnenschein da. Nach dem Kaffee gingen wir wie üblich auf den Friedhof zu den Gräbern. Das ist mein Wasser. Und oben zwischen den alten Gräbern und wie schlicht und weiß und friedvoll. Plötzlich glaubte ich, ein Bibelwort zu begreifen. Der Friede. Welcher höher ist denn alle Vernunft? Wann schmückt ihr euren Weihnachtsbaum, Kaiser? Wir immer erst am Vormittag des 24. Dezember. Also machten wir uns sofort ans Werk, als wir nach Hause kamen. Wir schmückten ihn mit den gewohnten alten Schätzen. Dabei sind eine Bachstelze aus Milchglas, die noch aus Mamas Kindheit stammt und ein paar Watteengel, die bessere Tage gesehen haben und längst den Orden für langjährige und treue Dienste verdient hätten. Ich würde dir gern erzählen, wie unser Weihnachtsessen auf dem großen Tisch in der Küche aussah, wie wir unsere Brotscheiben in die Schinkenbrühe tunken, Stockfisch aßen und Schinken und Reisbrei. Aber teils wirst du selbst so intelligent sein, dir das alles vorzustellen und teils bin ich noch immer nicht imstande, echte Begeisterung für das Weihnachtsessen aufzubringen. Ich kann dir nur versichern, dass wir aßen und aßen und zum Reisbrei, wie es sich gehört, die unsinnigsten Verse dichteten. Was sagst du beispielsweise zu diesem Machwerk von Zwante, der auf seine literarische Schöpfung sehr stolz war? Dieses köstliche Gericht fordert immer ein Gedicht. Ich mache eins zu Ehre von Alida, eine Köchin, wie sie war, noch nie da. Die einmalige Köchin wusste zunächst nicht recht, was sie von diesem Lob halten sollte, entschloss sich dann aber, geschmeichelt zu sein und die Mahlzeit wurde sehr vergnügt beendet. Allmählich wurde es Abend. Jerka wunderte sich darüber, denn er hatte die Hoffnung schon aufgegeben, wie er sagte. Wir halfen selbstverständlich erst alle beim Abwaschen, bevor wir ins Wohnzimmer gingen. Die Kerzen am Tannenbaum wurden angesteckt und auch alle auf dem Kamin sims und dem runden Tisch. Mama setzt Klavier, wir stellten uns im Kreis um sie auf und sang. Oh, wie wir sangen! Und es war so schön, all die alten, lieben Weihnachtslieder wieder zu singen. Dann wurde es für einen Augenblick ganz still und Papa schlug die Bibel auf. Ich möchte keinen Heiligabend erleben, an dem Papa nicht das Weihnachtsevangelium vorliest. Wenn ich auf die Weihnachtsabende meine Kindheit zurückblicke, ja, jetzt bin ich ja wohl kein Kind mehr, dann ist dies mein stärkster Eindruck. Keine noch so ersehnten und wunderbaren Weihnachtsgeschenke prägten sich mir so ein, wie die Worte Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, das alle Welt geschätzt würde. Jedes Mal überrieselt mich ein Schauer, wenn ich diese Einleitung höre. Ich kenne keine Poesie, die schöner und vollkommener ist als die des Weihnachtsevangeliums. Es waren aber Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Fühlst du dich nicht um zwei Jahrtausende in der Zeit zurückversetzt, wenn du diese schlichten Worte hörst? Dann sangen Maiken und ich zweistimmig Strahle über See und Ufer und funkle, funkle Sternlein hell. Wie gewöhnlich weinte Alida, dass es nur so sprühte. Das tat sie immer. Es könnte nicht schöner gewesen sein, wenn zwei Engel gesungen hätten, schluchzte sie. Ihr Urteil ist wohl übertrieben, meinst du nicht? Alidas Tränen waren kaum getrocknet, da klopfte es an die Tür. Und jetzt tropften Monikas Höschen vor Aufregung. Durch die Tür schritt der als Weihnachtsmann verkleidete, es warnte. Gibt es hier artige Kinder? fragte er traditionsgemäß. Ja, ich, sagte Monika mit bebendem Stimmchen. Aber Jäger ist manchmal furchtbar frech, fügte sie hinzu. Dieses kleine, raffinierte Weibsbild. Kein Wunder bei so einem Schwesterchen, brummte der Weihnachtsmann höchst schlagfertig. Aber wir bekamen alle Weihnachtsgeschenke, egal ob wir artig gewesen waren oder nicht. Ich kriegte eine graue Skihose. Modell Slalom. Einen roten Pulli von Maikin gestrickt, vier Bücher, nämlich Die Schweden und ihre Könige, Gösta Berling, Daddy Langbein und einen Sammelband schwedischer Novellen. Außerdem ein Portemonnaie aus weichem, braunem Leder, gestrickte Handschuhe, eine Wäschegarnitur aus hellblauem Batiste, Briefpapier. Ja, das war's wohl. Doch, ja, ich bekam auch noch ein Marzipanschweinchen von Monika und von Jäger eine kleine Flasche Parfüm. Der Inhalt könnte allerdings die halbe Stadt betäuben, so entsetzlich riecht es. Und ich sagte zu Jäger, ich würde nur dann etwas davon benutzen, wenn ich richtig fein sein wolle. Aber er verlangte prompt, dass ich mich sofort damit besprenge. Naja, und da nun mal Weihnachten war, hatte ich nicht das Herz, mich zu weigern. Na prima, sagte Svante. Wenn du jetzt während der Weihnachtstage abhanden kommen solltest, brauchen wir nur dem Geruch nachzugehen, um dich wieder zu finden. Ähm. Später tanzten wir alle um den Weihnachtsbaum, weil dieses Gehopse nun mal dazugehört, vor allem aber, um Monika so glücklich zu machen, wie man es in ihrem Alter am Heiligabend sein muss. Danach machten wir matte Versuche, ein paar Nüsse, Mandeln und Rosinen in uns hineinzustopfen. Aber es wollte uns nicht gelingen. Mama hatte Monika erlaubt, so lange aufzubleiben, wie sie wollte. Als es halb neun war, saß Monika in einer Ecke und spielte mit ihrer neuen Puppe. Sie sah dabei wie ein kleiner, sehr müder Engel aus. Und wir hörten, wie sie ganz leise vor sich hin sagte, Ich möchte jetzt gerne ins Bett, aber ich darf es noch nicht wollen. Da durfte sie es. Übrigens gingen wir alle ziemlich früh schlafen, weil wir am nächsten Morgen zur Christmesse wollten. Ich glaube nicht, dass es besonders stimmungsvoll ist, in Stockholm zur Christmesse zu gehen. Ist das nicht so? Auf keinen Fall kann es so sein wie bei uns. Davon bin ich überzeugt. Am besten sollte man natürlich auf dem Lande zur Christmesse gehen oder noch besser mit dem Schlitten im Fackelschein zur Kirche fahren. Aber hier bei uns, durch den frisch gefallenen Schnee in den schmalen Straßen zu stapfen, überall in den Fenstern Licht zu sehen und dann zu versuchen, in der vollbesetzten Kirche einen Platz zu ergattern und das Brausen des Ehre sei Gott in der Höhe unter dem Gewölbe zu hören, auch das ist Christmesse. Mittags hatten wir Gäste. Viele Gäste. Mama ist phänomenal darin, Menschen zu finden, die es nötig haben, dass man sich in der einen oder anderen Weise um sie kümmert. Gibt es irgendwo im Umkreis von zehn Kilometern einen unglücklichen oder kranken oder einsamen Menschen, findet Mama dieses arme Haschel bestimmt. Und am Weihnachtstag haben wir immer ein volles Haus. Vor allem kommen immer Tante Grün, Tante Braun und Tante Lila. Ja, natürlich heißen sie nicht so wie die berühmten Bilderbuch-Tanten. Aber als ich klein war, habe ich es felsenfest geglaubt. Es sind jedenfalls drei niedliche alte Fräulein, auch wenn sich ihre Unterhaltung ausschließlich auf Krankheiten und Familienneuigkeiten beschränkt. Sie kennen die Symptome jeder Krankheit, die es überhaupt gibt. Habe ich ihnen eine Weile zugehört, bin ich völlig sicher, fünf oder sechs Krankheiten, darunter mindestens zwei mit tödlichem Ausgang mit mir herumzutragen. Ich sitze dann da und mache mir ernsthaft Sorgen, dass ausgerechnet ich in so jungen Jahren schon von dieser Erde scheiden muss. Ist man wirklich einmal krank, wenn sie zu Besuch kommen, dann legen sie ihre runzligen Gesichter in besorgte Falten und wackeln bekümmert mit den Köpfen. Nur jetzt keinen leichtsinnigen Optimismus. Ich erinnere mich noch daran, wie Jerke einmal mit Bauchweh im Bett lag. Ich habe ja schon immer gesagt, dieser Junge ist einfach zu gut für diese Welt, sagte Tante Lila weinend, kaum dass sie einen Blick auf ihn geworfen hatte. Mama, die sich so leicht aufregt, wäre fast in Ohnmacht gefallen. Aber da sagte Maiken Barsch, wie kann man bloß solchen Unsinn reden? Der Bengel kriegt einen Esslöffel Rizinusöl, dann ist er morgen wieder putzmunter. Heute Vormittag bin ich mit Bertil Ski gelaufen. Er hat ganz neue, wirklich feine Skier zu Weihnachten bekommen und die wollte er mir wohl vorführen. Wir liefen bis nach Sgersholt. Gibt es etwas Schöneres, als durch den Wald Ski zu laufen und dann noch mit Bertil? Als wir uns trennten, steckte er mir so ganz nebenbei ein Weihnachtsgeschenk zu. Es war die Gedichtesammlung Stimme des Nordens. Das hatte ich mir gewünscht. Du kannst dir also denken, wie glücklich ich war. Aber auch verlegen, denn ich, dumme Nuss, hatte nicht an ein Weihnachtsgeschenk für ihn gedacht. Als ich dann zu Hause meine Skier abschnallte, fühlte ich mich so herrlich durchgepustet, so sportlich und voller Kraft. Und als ich in die Küche kam, standen da wieder Schinken und Sülze und Wurst und das ganze übrige Elend auf dem Tisch. Alles Weitere kannst du dir denken. Aber ab morgen werde ich nur noch von Tee und Toast leben. Glaube ich. Stell dir vor, gestern bekam ich einen Brief von Marianne mit einer Einladung. Beigelegt war ein Extrabrief von ihrer Mutter an meine Mama mit der Frage, ob ihre Tochter Britt-Marie uns nicht die Freude machen würde, für eine Woche der Gast unserer Tochter Marianne zu sein. Meine Güte, na klar kann Britt-Marie den Leuten die Freude machen. Ich fühle mich direkt umworben. Marianne und ich sind drauf und dran, echte Freundinnen zu werden. Anastina fährt heute Abend zu ihrer Großmutter nach Dallana und Bertil ist nebst Familie auch für eine Woche verreist. Also gibt es eigentlich keinen Grund, warum ich nicht auch ein bisschen verreisen sollte. Schwirr nur ab, sagte Svante gnädig. Wir werden versuchen, ohne dich klarzukommen, auch wenn wir natürlich deine Kochkünste sehr vermissen werden. Er hat meine Maizena-Creme noch nicht vergessen. Es ist also wahrscheinlich, dass ich dir das nächste Mal von einem Gutshof aus Snetringe schreibe. Aber erst musst du mir berichten, wie es dir zu Weihnachten ergangen ist. Bis dahin alles Gute, Britt-Marie Snetringe, Silvester Liebe Kaiser, ein frohes neues Jahr. Wenn nicht ein besseres, dann wenigstens ein ebenso gutes wie das alte, ja? Ich frage mich, wie dem letzten Tag des Jahres zumute ist. Vermutlich glaubt der 31. Dezember, dass er eine wichtige Stellung im Kalender hat. Und das hat er ja auch. Aber eigentlich ist das doch ziemlich ungerecht. Der 13. Oktober zum Beispiel darf ja aus, ja ein, nie mehr sein als ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag. Außer wenn er sich einmal dazu aufschwingt, ein Sonntag zu sein. Während dagegen andere Tage eigensinnigerweise immer Sankt Johannistag und Heiligabend und 1. Mai und Silvester sind. Alles Tage, auf die die Menschen warten und über die sie sich freuen. Oder denk nur an den Spaßvogel, der 1. April heißt. Ich bin überzeugt davon, dass der 9. Februar einen Minderwertigkeitskomplex hat und dazu wahnsinnig eifersüchtig auf den 30. April ist, der immerweil Purgisnacht sein darf. Was meinst du? Findest du übrigens nicht, dass es mit uns Menschen ebenso ist? Manche sind nie etwas anderes als ein 13. Oktober. Die Ärmsten können anstellen, was sie wollen. Meine Mama ist vollkommen ein Mittsommertag, davon bin ich überzeugt. Und Maiken, der stille, inhaltsreiche Weihnachtstag. Gerade denke ich, was kann ich wohl sein? Möglicherweise irgendein kleines, biederes Datum, so gegen Ende März, mit einer leichten Neigung zum 1. April hin? Du, Kaiser, du musst ja glauben, mein Gehirn hat sich heiß gelaufen. Warum in aller Welt schreibe ich bloß dies alles? Ich kann mir nur denken, dass der reizende kleine Kalender, den ich heute bei einem Buchhändler ins Netringer gekauft habe, mich dazu angeregt hat. Er liegt nämlich aufgeschlagen vor mir und Kalender macht mich immer so philosophisch. Findest du es nicht seltsam, dass man zwar seinen Geburtstag kennt, aber nicht seinen Todestag? Jedes Jahr muss man doch einmal an diesem Datum vorbei, das eines Tages mit einem kleinen Kreuz davor auf dem eigenen Grabstein stehen wird. Gerade an diesem Tag müsste man doch irgendetwas empfinden, eine Art Ruhe im Gemüt, das Gefühl von etwas Wehmütigem und Unwiderruflichem. Und wenn man eines Tages heiratet, dann muss es doch auch schon ein Datum geben, das einmal zum Hochzeitstag wird. Es ist doch schrecklich, sich vorzustellen, dass man vielleicht gerade an diesem Datum da sitzt und eine Rechenarbeit schreibt oder etwas Ähnliches tut. Nein, es ist besser, ich höre auf, bevor dich Panik packt. Aber das will ich dir noch sagen, ich habe viel Mitleid mit dem 13. Oktober. Wenn er mir nie Kummer macht und die Gelegenheit wahrnimmt, dann darf er mein Hochzeitstag werden. Na, was glaubst du, wie ich es hier ins Nettringe habe? Du denkst vielleicht, ich schlafe in einer Komodenschublade und esse jeden Tag Hering mit Pellkartoffeln? Nix, nix. Wie kannst du nur auf einen so abwegigen Gedanken kommen? Die Wahrheit ist, dass ich wie ein Filmstar in Hollywood lebe. Nur esse ich viel, viel mehr. Ich habe ein entzückendes Gästezimmer ganz für mich allein. Hier in diesem Haus werden keine Klappbetten hin und her geschleppt, wenn Gäste kommen. Oh nein! Ich liege in einem unter weißem Tüll fast verborgenen Bett und habe eine rosa Seidendecke auf dem Bauch. Jeden Morgen um 9 Uhr tritt eine nette kleine Person, die zweites Hausmädchen genannt wird, in mein Zimmer, wenn ich noch im Bett liege und serviert mir ein herrliches Tegedeck. Sollte mir irgendwas an der Bedienung missfallen, ziehe ich nur an der Klingelschnur neben dem Bett und beschimpfe das arme Hausmädchen Nummer 1. Ich habe es bisher nicht getan, nehme aber an, dass die Klingelschnur dazu da ist. Zum Lunch bekommt man kalte Platten und ein warmes Gericht und das Abendessen besteht aus drei Gängen. Obwohl gestern nur ein gewöhnlicher Wochentag war, gab es Kalbsfilet mit Spargel. Wenn zu Hause Alida mit dem Essen hereingestampft kommt, hat sie für uns alle ein freundliches Lächeln und oft erzählt sie uns den neuesten Klatsch aus der Stadt oder sonst etwas Interessantes. Das Hausmädchen, das hier serviert, sieht aus, als gehöre sie nicht zu dieser Welt. Sie geht deutlich wie in einer Art Trance umher und ist so ernst und ist wieder tot. Der Verdacht, dass sich auch in ihr irgendwelche menschlichen Gefühle regen, käme einer groben Verleumdung gleich. Hier wird der Tisch auch nicht aufgehoben, wie wir zu Hause es immer aus Spaß tun. Während des ersten Abendessens, an dem ich teilnahm, kam mir der Gedanke, ein wenig Tischaufheben vorzuschlagen, schon um die allgemeine Stimmung aufzumuntern. Allein der Gedanke daran brachte mich fast zum Kichern und ich musste schnell an Mathematik denken, um ernst zu bleiben. Kein Wunder, dass Marianne nicht mal ihre Schuhe putzen kann, wenn sie ihr Leben lang so bedient worden ist. Als ich in Snettringe mit meinem schäbigen Koffer aus dem Zug kletterte, stand Marianne natürlich auf dem Bahnsteig, um mich in Empfang zu nehmen. Außerdem lief sofort ein Chauffeur in dunkelblauer Livret herbei, der mich schneller, als ich es beschreiben kann, von meinem Koffer befreite und uns mit zahlreichen Verbeugungen ins Auto half. Und als wir dann durch die Lindenallee vor das prachtvolle Herrenhaus rollten, begann ich zu überlegen, ob ich nicht eine Prinzessin war, die inkognito reist. Erst ein Blick auf meinen Koffer brachte mich in die Wirklichkeit zurück. Einen so schäbigen Koffer hat keine Prinzessin. Selbst dann nicht, wenn sie inkognito reist. Wieder waren viele Verbeugungen nötig, um uns aus dem Auto zu holen. Und dann trug der Fahrer den Koffer in mein Zimmer, wo sofort das oben erwähnte Hausmädchen erschien und fragte, kann nicht Fräulein Axtröm beim Auspacken behilflich sein? Behilflich? fragte ich mit dummem Gesicht. Dass ich nicht lache. Die paar Klamotten? Das schaffe ich wirklich allein. Für einen besonders vornehmen Gast hielt sie mich bestimmt nicht. Aber das war mir egal. Einen Pullover, einen Rock, ein Kleid, meine Wäsche und den Kleinkram konnte ich tatsächlich selber auspacken und einräumen, ohne zusammenzubrechen. Ich kann aber nicht leugnen, dass es zeitweilig sehr angenehm ist, so ein Luxusleben zu führen. Den ganzen Tag nichts Nützliches zu tun, sondern sich nur von Sklaven und Sklavinnen bedienen zu lassen. Wäre ich allerdings hier im Hause Sklavin, dann hätte ich wohl bald die Nase voll davon und würde mit der hoch erhobenen Fahne des Aufrohrs zu den Herrschaften stürmen und ihnen die Internationale vorsingen. Das musst du aber nicht so verstehen, dass Frau Uden ihre dienstbaren Geister irgendwie schikaniert oder quält. Oh nein! Sie ist unveränderlich höflich und freundlich zu ihnen. Es würde wohl auch nicht anders gehen, so schwer wie Hauptpersonal zur Zeit zu bekommen ist. Es ist nur so, sie hält sie nicht für Menschen mit den gleichen Empfindungen von Kummer und Freude, wie sie selber hat. Aber wer weiß denn, ob das Mädchen, das uns mit gefrorener Miene bei Tisch bedient, nicht über eine verlorene Liebe trauert oder sich um ihre kranke alte Mutter sorgt oder um was weiß ich alles. Vielleicht braucht sie ja gerade besonders viel Verständnis und menschliche Wärme. Und dann hört sie so etwas. Lisa, servieren Sie bitte den Mocker im Salon oder hängen Sie doch bitte den Smoking des Herrn Direktor auf den Balkon und bürsten Sie ihn aus. Die ganze Zeit habe ich im Ohr, was Papa immer höchst poetisch so ausdrückt. Sei menschlich zu deinen Mitmenschen. Sie mögen Grafen sein oder Bierkutscher. Dann werden Rosen auf deinem Weg wachsen, wo du auch gehst. Wenn du es nicht gemein findest, seine Gastgeber zu kritisieren, dann würde ich sagen, Rosen wachsen und gedeihen in dieser Umgebung kaum. Alles ist hier in jeder Beziehung so glatt, so bequem und wohlgeordnet und trotzdem ertappe ich mich dabei zu denken, was fehlt hier eigentlich? Es ist ganz einfach etwas in der Atmosphäre, das ganz anders ist als das, was ich von zu Hause gewohnt bin. Wenn wir so um den Esstisch sitzen, Tante Ellen, ich nenne Marians Mutter jetzt so, elegant gekleidet und hübsch, aber kühl und unpersönlich, Onkel Erik, etwas zerstreut und gehetzt, Marianne, immer eine Spur nervös und überdreht und ich selber, die mit Todesverachtung über dies und das redet, um sich weltgewandt zu zeigen, dann denke ich die ganze Zeit, Gott sei Dank, dass es bei uns zu Hause anders ist, wenn wir unsere Schuhe selber putzen müssen und nur selten Kalbsfilet essen. Gestern Abend, kurz bevor ich einschlief, kam Marianne zu mir und setzte sich auf die Bettkante. Sie war wirklich eine reizende Bettdekoration in ihrem rosa Nachthemd mit ihrer zierlichen Figur und ihren großen braunen Augen. Zuerst sprachen wir über dies und das, aber allmählich fingen wir doch an, ehrlich miteinander zu reden. Es ist nicht wahr, dass Mädchen immer nur über Kleider und ihn sprechen, aber ganz plötzlich fing Marianne an zu weinen. Sie schluchzte so verzweifelt, dass ich gar nicht wusste, was ich mit ihr anfangen sollte. Ich konnte auch nicht herausbekommen, weshalb sie weinte, aber zwischen den Schluchzern presste sie hervor, wir müssen Freundin werden. Du bist so sicher, ich möchte so sein wie du. Wieso jemand so sein möchte wie ich, ist mir ein Rätsel. Und das sagte ich ihr auch. Im Übrigen saß ich völlig ratlos da und streichelte sie nur hilflos wie eine alte Tante und mir fuhr durch den Kopf, sie ist genau das, was man ein armes, reiches Mädchen nennt. Ja, wie auch immer, ich will ihr gern eine Freundin sein und wenn ich etwas Herabsetzendes über sie gesagt habe, dann versprich mir, es zu vergessen. Am besten vergisst du alles, was ich über die Familie Uden geschrieben habe. Es ist dir wirklich nicht besonders fein, Menschen zu kritisieren, bei denen man zu Gast ist. Aber du bist auch die Einzige, die es zu hören bekommt. Marianne und ich laufen tagsüber viel Schlittschuh und Ski. Bisher war ideales Winterwetter. Aber heute Abend wird es, glaube ich, tauen, denn es sinkt in den Telefondräten draußen vor meinem Fenster. Und es heißt ja, dass es dann Tauwetter gibt. Es ist ein Laut, der mich immer melancholisch stimmt. Es klingt so öde und verlassen. Ja, jetzt weiß ich, warum ich so traurig bin. Ich habe ganz einfach Heimweh. Aber ich bin nun mal hier, wo ein Coupé mit anschließendem Tanz und langer Silvesternacht auf mich wartet. Marianne und ich dürfen dabei sein, obwohl wir erst 15 sind. Ich werde mein dunkelblaues, bläsiertes anhaben und Marianne einen Traum aus mattgelber Seide. Jetzt will ich mit diesem Brief zur Post laufen und mich dann umziehen. Hoffentlich denkst du an mich, wenn die Uhr 12 schlägt. Ich werde bestimmt an dich denken und dir dann einen Gruß über Wälder, Seen, Berge und Täler schicken. Deine Brit Marie 29. Januar Wieder zu Haus Liebe alte Kaiser, lebst du noch? Das könntest du auch mich mit gutem Grund fragen, denn ich habe dir ja seit einer Ewigkeit nicht mehr geschrieben. Aber ich bin mit einer wirklich schlimmen Mandelentzündung nach Hause gekommen, was mir allerdings bis gestern die Schule erspart hat. Ich hätte natürlich versuchen sollen, dir trotzdem zu schreiben, aber ich bin tatsächlich so schlapp gewesen, dass es mir gerade noch gelungen ist, die Augen aufzumachen. Das Beste am Reisen ist das Heimkommen. Wäre ich nach 25 Jahren Aufenthalt in Amerika zurückgekehrt, hätte ich nicht herzlicher empfangen werden können. Und das tat meinem liebesdurstigen Herz natürlich gut. Papa streichelte mich, Mama drückte mich und Maiken sagte, Gott sei Dank, du bist wieder da. Jerka und Monika wetteiferten, neben mir sitzen zu dürfen und sogar Svante strahlte mich beim Wiedersehen geradezu an. Obwohl er natürlich nur ironisch sagte, schau an, da haben wir ja unsere Heldin. Und keine Blasmusik ist da, um sie zu empfangen. Zu dumm. Damit du verstehst, worauf er anspielte, muss ich dir erst erzählen, was kurz vor meiner Abreise aus Snedringe passiert ist. Wenn du glaubst, ich gebe an, verzeihe ich dir das nie. Zum ersten und vermutlich auch letzten Mal in meinem Leben hatte ich nämlich Gelegenheit, mich als Lebensretterin zu betätigen. In der Fantasie habe ich mir das schon tausendmal ausgemalt. Ich habe mich in brennende Häuser gewagt und unter Einsatz meines Lebens alte, steinreiche Damen gerettet, die mir danach ihr gesamtes Vermögen vermacht haben. Ich habe mich von hohen Felsen ins Meer gestürzt und kleine Kinder vor dem Ertrinken gerettet, während eine staunende Volksmenge am Strand vor Spannung den Atem anhielt und schweigend zur Seite trat, als ich kühn, einsam und klatschnass von dannen ging, ohne einen Dank zu erwarten. Ich opferte mich für die Lepra-Kolonie auf einer Insel im stillen Ozean auf und bin gleich einer zweiten Florence Nightingale im schärfsten Kugelregen über ein Schlachtfeld gewandert, nur um einem sterbenden Soldaten einen Schluck Wasser zu reichen. Ja, es ist nicht möglich, alle Lebensrettungen aufzuzählen, die ich schon in meiner Fantasie vollbracht habe. Jetzt aber tat ich es zur Abwechslung mal in Wirklichkeit. So ganz nebenbei. Marianne und ich liefen auf dem kleinen See, der ganz in der Nähe des Gutshauses liegt wieder einmal Schlittschuh. Es hat ein paar Tage lang getaut und wir waren im Haus geblieben. Inzwischen hatte jemand einen Block aus dem Eis herausgesägt. Danach froh es wieder eine Nacht lang. Aber du kannst dir ja denken, dass das Eis über dem Loch noch recht dünn war. Man hatte die Stelle zwar mit Wacholderbüschen gekennzeichnet, aber Marianne musste trotzdem dorthin laufen. Unbedingt. Sie rutschte auch prompt und zielsicher hinein und schrie, wie ein Ferkel, das abgestochen werden soll. So viel hat ja jeder über Lebensrettung gelesen, dass ich wusste, was zu tun war. Ich lief ans Ufer und fand auch einen dicken, langen Ast, rannte zurück, legte mich auf den Bauch und schob den Ast von mir her zu Marianne hin. Das Ganze ging sehr schnell und war überhaupt nichts Besonderes. Zwar brach das Eis auch unter mir, sodass ich auch ins Wasser fiel, aber ich schaffte es, zur Kante des Eisloches dort, wo das alte Eis noch meterdick war, zu krabbeln und mich rauszuhieven und dann dauerte es nicht lange, bis ich auch Marianne rausziehen konnte. Jetzt begann ein großes Theater. Plötzlich kamen von allen Seiten Leute. Kein Wunder, denn Marianne hatte fast pausenlos geschrien und schrie noch immer. Unter all den Leuten war auch Tante Ellen. Sie war schneeweiß im Gesicht, stürzte auf uns zu und küsste und umarmte erst Marianne und dann mich und sagte dauernd, ich hätte das Leben ihres einzigen Kindes gerettet. Man machte überhaupt so viel Wesens von mir, dass mir das Ganze richtig peinlich wurde. Wenn man selbst genau weiß, dass man gar keine Heldentat vollbracht hat, ist es nicht besonders lustig, der Mittelpunkt großer Aufmerksamkeit zu sein. Das kann ich dir nun sagen. Tante Ellen meldete sofort ein Ferngespräch an und verkündete denen zu Hause meine Großtat. Und als abends der Snettringer Anzeiger erschien, stand auf der ersten Seite in Großbuchstaben Beherzte junge Dame rettet Freundin aus Eisloch. Dann wurden wir beide ins Bett gesteckt, bekamen heiße Milch zu trinken und durften erst zum Abendessen wieder aufstehen. Onkel Erik hielt eine Rede auf mich und am nächsten Tag fuhr ich nach Hause und bekam, trotz der heißen Milch, Mandelentzündung. Tante Ellen hat mir ununterbrochen große Schachteln Pralinen und Bücher und Blumen geschickt, um meine Qualen zu versüßen und Marianne hat mir die rührendsten Briefe geschrieben. Viele Menschen haben mich besucht und alle bestaunten mich und hoben mich hoch in die Wolken, weil ich ein Menschenleben gerettet hatte. Schließlich begann ich selber zu glauben, dass ich etwas Besonderes vollbracht hatte. Ich genoss es ganz einfach, Mittelpunkt zu sein und begann, wie eine Katze zu schnurren, sobald von Lebensrettung und Medaille in die Rede war. Als ich mich eines Abends gerade wieder auf den Beinen halten konnte, wankte ich zu Papa ins Zimmer, um mal mit ihm ein bisschen zu reden. Er las gerade in Epictets Handbüchlein vom Waisenleben. Hier, hör zu, Britt-Marie, sagte er und dann las er mir vor. Sollte es einmal geschehen, dass du von deiner Umgebung Bewunderung erwartest und jemandem gefallen willst, so wisse, du hast alles verloren, was du bisher gewonnen hast. Darum, lass dir es genügen, immer ein Philosoph zu sein. Willst du aber auch als Philosoph erscheinen, so sei dir selbst genug. Man könnte es auch so sagen, fuhr Papa nach einer Pause fort. Lass dir es genügen, ein Lebensretter zu sein. Erwarte aber keine Bewunderung. Es ist genug, dass du es gewesen bist. Ich war völlig durcheinander und hätte mir Papa nicht freundlich, aber fest den Arm um die Schulter gelegt, wäre ich bestimmt davon gelaufen, um mich irgendwo in Ruhe schämen zu können. Und dann erzählte Papa mir von Epiktet, dem Philosophen, der bei einem der Günstlinge Kaiser Nero Sklave gewesen war. Sein Besitzer vergnügte sich eines Tages damit, ihn zu quälen, indem er Epiktet, der damals noch ein Kind war, Keile in das Bein treiben ließ. Da sagte Epiktet ruhig und leise, das Bein wird brechen. Einen Augenblick später brach das Bein und Epiktet sagte ebenso ruhig und leise wie vorher, habe ich es nicht gesagt. Ich beschloss auf der Stelle genauso stoisch zu werden. Wollen sehen, ob es mir gelingt. Mit Papa ist es auf jeden Fall eigenartig. Er ist so zerstreut und vergisst so vieles, dreht es sich aber um seine Kinder oder seine Schüler. Dann merkt er alles. Er beobachtet uns, wenn wir es am wenigsten ahnen. Und sieht er etwas, was ihm nicht gefällt, findet er stets eine nette Methode, es uns wissen zu lassen. Jetzt bin ich also nicht länger eine bewunderungswürdige Lebensretterin. Aber über die Postkarte, die ich während meiner schlimmsten Fieberschauer von Berti bekommen habe, freue ich mich doch. Denn da steht You are a good sport. Ich hoffe, Epiktet hat nichts dagegen einzuwenden. Deine Freundin Britt-Marie 10. Februar Liebe Kaiser, du lebst also in Saus und Braus und gehst dann mehreren Abenden in der Woche ins Theater? Eigentlich müsste ich dir wohl eine kleine Moralpredigt halten und dich ermahnen, deine Schulaufgaben ordentlich zu machen, ängstlich auf deine Gesundheit zu achten und all sowas. Aber ich nehme an, du kannst auf die ein oder andere alte Tante zurückgreifen, wenn du derartige Ratschläge brauchst. Ich behalte sie also lieber für mich, zumal ich mich selber diese Woche auch in den Strudel des Vergnügens gestürzt habe. In meinem Taschenkalender steht ein Kinobesuch mit Bertil, zweimal Kaffeefete bei Klassenkameradinnen und das Wichtigste der Geburtstag von Mama, dick unterstrichen. Dass unser Haus noch steht, ist ein Wunder. Du musst wissen, Mamas Geburtstag wird von uns ausgiebiger gefeiert als irgendein anderer Tag des Jahres und wir gehören ohnehin nicht zu den Leuten, die sich eine Gelegenheit zum Feiern entgehen lassen. Papa hatte mit uns eine Huldigungshymne einstudiert, die Mama schon früh morgens mit Ziehharmonika-Begleitung zusammen mit einem leckeren Geburtstagsfrühstück am Bett dargebracht wurde. Papa sah in seinem langen, weißen Nachthemd höchst feierlich aus, umso mehr, als er sich auch seinen Zylinder aufgesetzt hatte. Von langatmigen Huldigungen mussten wir übrigens absehen, da der größte Teil der Familie ja in die Schule musste. Am Abend wurde desto gründlicher gefeiert. Das Programm für Mamas Geburtstag ist jedes Jahr anders. Diesmal gab es einen Kostümball. Ball klingt vielleicht so hochtrabend, aber wir tanzten und kostümiert waren wir auch und es war ein Riesenspaß. Mama hatte schon lange vorher die Parole ausgegeben, wir sollten entweder historische gestalten oder Personen aus Büchern darstellen. Trotz endlosen Gegrübels und stundenlanger Verhandlungen mit Maiken konnte ich mir nicht darüber klar werden, ob ich mich besser für die Hexe Pumperipossa oder die Kaiserin Cleopatra eignete. Ich gab Cleopatra den Vorzug, aber Svante meinte, dann müsste ich unbedingt eine echte Schlange um den Hals hängen haben. Am besten wäre natürlich eine richtige Giftschlange, aber notfalls würde es auch eine Blindschläche tun. Svante wusste nicht recht, was er vorstellen könnte und ich schlug ihm vor, als Puh der Bär zu gehen. Ein Bär mit sehr geringem Verstand. Dafür bist du doch wie geschaffen. Ich musste mich schnell bücken, denn Jords deutsche Grammatik kam durch die Luft geflogen. Wir widmeten jede freie Stunde in der Woche vor dem Geburtstag unseren Kostümen. Es war nämlich Bedingung, dass jeder sein Kostüm allein und ohne fremde Hilfe anfertigte, alle außer Monika natürlich. Auf unserem Dachboden haben wir eine Truhe, die vollgestopft ist mit alten Kleidern und immer stand einer da und wühlte darin herum, wenn man gerade selbst an die Schätze wollte. Je später es wurde, desto geheimnisvoller taten wir und als wir uns nach dem Geburtstagsessen in unsere Zimmer zurückzogen, zitterte die Luft im Haus vor erwartungsvoller Spannung. Es war verabredet, dass Alida Punkt 8 den Gong schlagen sollte. Dann mussten alle fertig sein und sich in vollem Glanz und aller Herrlichkeit zeigen. Ich war so nervös, dass ich kaum in meine Samthose steigen konnte. Nach reiflicher Überlegung hatte ich mich entschlossen, der kleine Lord von Leroy zu sein und war aus diesem Grund den ganzen Nachmittag mit Lockenwicklern im Haar herumgelaufen. Die Samthose hatte ich mir aus einem alten schwarzen Samtkleid selbst genäht. Alida hatte nur bei der Anprobe geholfen. Dazu trug ich eine weiße Seidenbluse mit Spitzenkragen und Manschetten und als ich die Lockenwickler entfernte, kringelten sich meine Haare in üppigen Locken und ich war mit mir selber sehr zufrieden. Um 8 Uhr hämmerte Alida auf dem Gong herum, als kündigte sie das jüngste Gericht an. Auf der Treppe wurden schnelle Schritte hörbar und einen Augenblick später zerschnitt ein Indianergeheul die wieder eingetretene Stille. Das war Sitting Bull, der den Kriegsruf seines Stammes erschallen ließ. Jerka hatte seinen Kostümierungskoma einfach gelöst, indem er seinen altgewohnten Indianeranzug angezogen und sich sein Gesicht knallrot angemalt hatte. Gleichzeitig kam aus Maikens Zimmer das kleine Rotkäppchen. Das war Monika mit einem Körbchen im Arm. Schließlich waren wir alle außer Maiken im Wohnzimmer eingetroffen. Papa hatte unter Zuhilfenahme von Bettlagen einen Sokrates aus sich gemacht. Mama bot ihm ihren selbst bereiteten Kirschlikör an, damit er nicht froh. Aber er mag Likör nicht und sagte abwährend, willst du mir den Giftbecher schon jetzt reichen? Svante hatte kürzlich Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Stevenson gelesen und als das scheußliche Ergebnis dieser Lektüre in der Wohnzimmertür auftauchte, kreischte das kleine Rotkäppchen vor Entsetzen. Mit Hilfe eines schwarzen Umhangs, eines Schlapphutes, eines Heftpflasters und eines unheimlichen Stoßzahnes, der ihm aus dem Mund ragte, hatte er sich in einen so grauen erregenden Mr. Hyde verwandelt, dass ich mich weigerte, ihn als meinen Bruder anzuerkennen. Er selbst fand sein Kostüm äußerst praktisch. Ja, wenn es nachher Eis geben sollte, nehme ich nur den Stoßzahn aus dem Mund und bin für eine Weile Dr. Jekyll. Ich flehte ihn an, doch den ganzen Abend einfach Dr. Jekyll zu sein und Rücksicht zu nehmen. Wenn schon nicht auf uns, so doch auf Rotkäppchen. Aber das lehnte er ab. Papa sagte, es wäre eigentlich Mamas Pflicht gewesen, als Sokrates Frau Xantippe zu erscheinen. Das hatte sie aber nicht gewollt, denn wer möchte schon Jahren, dass einmal Papas Mutter gehört hatte und behauptete, sie sei die Nora von Ibsen. Aber wenn wir es lieber hätten, könne sie sich ebenso gut Eole Nora Duce oder Madame Curie nennen. Maikin wusste, was sie tat, als sie mit ihrem Auftritt wartete, bis wir anderen versammelt waren. Gerade als Nett von Frankreich. Eine Sekunde später stand Maikin in der Türöffnung und verstarrten sie voll Bewunderung mit weit aufgerissenen Augen an. Sicher wusste ich, dass Maikin sehr geschickt ist, aber dass sie aus einer alten Gardine und Spitzen ein so elegantes Kostüm des 18. Jahrhunderts zaubern könnte, hätte ich doch nicht für möglich gehalten. Die Haare hatte sie hochgekämmt und weiß gepudert und ich kann einfach nicht glauben, dass die echte Marie Antoinette so entzückend ausgesehen hat, denn dann hätte keiner das Herz gehabt, sie zu enthaupten. Svante allerdings zeigte sich weniger beeindruckt. Und wann wird sie geköpft? fragte der diabolische Mr. Hyde gespannt. Ohne ihn auch nur eines Blickes zu würdigen, schritt die Königin durch das Zimmer, um sich bewundern zu lassen. Kurz danach trafen unsere Gäste ein, ein Kollege von Papa, als Onkel Bräsig kostümiert, Anastina im Frack ihres Vaters, sie stellte das Mädchen im Frack dar, das Buch mit diesem Titel war gerade erschienen, und Anastinas Eltern, die zu unseren ältesten Freunden gehören. Anastinas Mutter behauptete, sie sei die Witwe Bolte aus Max und Moritz, eine Behauptung, die nur durch das Kopftuch gerechtfertigt schien, da sie für die wohlgenährte Wilhelm-Busch-Figur viel zu schlank ist. Onkel Johann, Anastinas Vater, hatte keine Zeit gehabt, sich zu verkleiden, sagte aber, er gedenke demnächst ein Buch, der Durchschnitt Schwede und seine Ohren, zu schreiben und verkörpere die Hauptfigur seines Buches. Seht nur, bin ich es oder nicht? rief er und wackelte mit den Ohren, denn das ist eine Kunst, die er bis zur Vollendung beherrscht. Jerka war schrecklich neidisch und trainierte so lange und eifrig Ohren wackeln, bis es Zeit für ihn war, ins Bett zu gehen. Willst du auch wissen, was es zu essen gab? Zur Freude aller massenhaft Eis und Torte, aber für die Erwachsenen auch Wein und Kaffee und Gebäck und Kirschlikör. Dann tanzten wir, obwohl die Kavaliere knapp waren, besonders nachdem Sokrates, Onkel Bresig und der Durchschnitt Schwede sich hingesetzt hatten, um Skat zu spielen. Sokrates hatte sich beim Kartengeben vertan und gab eine lange Erklärung über das Warum ab, aber Onkel Bresig unterbrach ihn und sagte, für einen Sokrates ist das eine ziemlich dürftige Verteidigungsrede. Daraufhin nannte der empörte Sokrates Onkel Bresig einen Lästerer, weil er es gewagt hatte, Sokrates Verteidigungsrede mies zu machen. Übrigens fror Sokrates bald unter seinem Laken und da er außerdem leicht rheumatisch ist, verdrückte er sich ziemlich schnell und zog sich um. Svante fand es bedauerlich, dass uns die Allgemeinheit nicht zu Gesicht bekam großzügig, aber ich finde, eine Lungenentzündung ist damit doch etwas unterbezahlt. Du bist feige, höhnte Svante. Du hast Angst, dass wir jemand treffen könnten, aber du weißt doch, dass um diese Tageszeit keine Menschenseele auf der Hauptstraße zu finden ist. Es war fast elf Uhr und in unserer Stadt geht man früh zu Bett. Maikin weikerte sich trotzdem, aber Svante war hartnäckig. Abwechselnd bat und spottete er. Zuletzt griff er sogar zur Erpressung. Wenn du nicht mitkommst, zeige ich allen deine Pfifferlingsstelle im Wald. Svante selbst macht sich nichts aus Pfifferlingen. Umso glaubwürdiger klang seine Drogen und Maikin drang diese Worte wie ein Stich ins Herz. Zwar dauerte es noch Monate, bis es Pfifferlinge gibt, aber allein der Gedanke, dass irgendjemand etwas von der geheimen das Hin und Her entschied oder ob Svantes Vorschlag auf der Hauptstraße im Kostüm spazieren zu gehen Maikin nicht doch reizte. Jedenfalls sie ging mit. Mr. Hyde zog den Schlapphut ins Gesicht und hakte Marie Antoinette unter. So wanderten sie in die Nacht hinaus. Nur Anastina und ich wussten von dem Plan. Jerko und Monika schliefen schon und die Erwachsenen einzuweinen hielten wir nicht für ratsam. Was später geschah weiß ich nur vom Hören sagen aber die Schilderung stammt von einem Augenzeugen. Mr. Hyde und Frankreichs schöne Königin gelangten gar nicht bis zur Hauptstraße. Um dorthin zu kommen muss man erst durch unsere kleine Straße wo auf beiden Seiten Villen mit Gärten liegen. Als das reizende Paar ungefähr 100 Meter gegangen war wurde plötzlich die Tür einer Villa geöffnet und eine männliche Gestalt trat heraus die mit schnellen Schritten auf die Straße zuging. Der wahrhaft schurkische Mr. Hyde warf sich hinter eine Hecke und Marie Antoinette stand da und späte vergeblich nach ihrem Kavalier aus. Sie machte eine hastige Wendung um zu fliehen aber wenn man es nicht gewohnt ist sich im Rokoko Kostüm zu bewegen ist das gar nicht so leicht sie trat fehl verstauchte sich den Fuß und wenn der Fremde sie nicht in seinen Armen aufgefangen hätte hört es sich nicht an wie aus einem Roman wäre sie bestimmt gefallen so ein Flegel stöhnte Maiken Svante lag hinter der Ecke und konnte alles hören er verstand sehr gut wer mit Flegel gemeint war aber der fremde Mann natürlich nicht meinen sie mich fragte er nein natürlich nicht verzeihung bitte lassen sie mich los stotterte Maiken verwirrt er ließ sie los mit dem Resultat dass sie beinahe wieder gefallen wäre sie konnte mit dem Fuß einfach nicht auftreten und nach Svantes Bericht von dem Ereignis warf sie sich den Fremden jetzt an den Hals eine gemeine Lüge protestierte Maiken ich weiß nicht recht wem ich glauben soll aber wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie immer irgendwo in der Mitte sind sie ein Traum oder ein Gespenst fragte der Fremde ich bin ein armes unglückliches Menschenkind mit einem Bruder der Prügel verdient stöhnte Maiken das Ende vom Lied war als Marie Antoinette in ihr Vaterhaus zurückkehrte geschah es nicht aus eigener Kraft der Fremde trug sie über das Hauses Schwelle lieferte seine süße Last ab und stellte sich uns allen sehr höflich vor er hieß Jungen interessiert und wahrhaftig genug getan. Wir wären dir sehr dankbar, wenn du deine Aktivitäten jetzt einstellen würdest, solange noch etwas vom Haus steht und auch einer von uns in der Lage ist, auf seinen Beinen zu gehen. Worauf Fürster Almquist Maiken einen bedeutungsvollen Blick zuwarf und sagte, ich kann nicht finden, dass alles, was Wante tut, nur schlimme Folgen hat. Ja, Kaiser, das war also der Geburtstag und damit stelle auch ich meine Aktivitäten für ein paar Tage ein. Tschüss, deine Britt-Marie. 15. Februar. Meine liebe Kaiser, gestern hatten wir sportfrei, das Lyzeum und das Gymnasium. Es war nicht gerade ideales Skiwetter, der Schnee war nämlich ein bisschen matschig, aber mit dem richtigen Skiwachs ging es doch einigermaßen und es war herrlich, wieder einmal in den Wald zu kommen. Ich kam mir mächtig elegant vor in meiner nach dem Bad im See frisch gebügelten Weihnachtsskihose und in meinem roten Pulli. Ich bemühte mich gar nicht erst, meinen Anorak zuzuknöpfen, denn dann hätte man ja den Pulli nicht sehen können und der sollte doch alle vor Neid ablassen lassen. Mein Anorak ist hellblau und hat eine Kapuze. Du sagst, das interessiert dich nicht? Na gut, dann erzähle ich was anderes. Anastinas Eltern besitzen eine Sporthütte, die ungefähr fünf Kilometer vor der Stadt liegt. Ein paar von uns machten sich nach dort auf den Weg. Anastina und Marianne und ich und Bertil und noch einige, von denen ich dir aber nie etwas erzählt habe. In letzter Minute kam selbstverständlich auch noch Stieg Henningson und schloss sich an. Ich kann ihn nach wie vor nicht ausstehen und Bertil mag ihn auch nicht. Die letztgenannte Tatsache bereitet mir eine gewisse Befriedigung. Aber Skilaufen, das kann dieser Stieg fantastisch gut. Eigentlich kein Wunder bei einem Vater, der ihn jedes Jahr ans Hochgebirge fahren lässt. Er nutzte auch jede Gelegenheit aus, um seine hervorragende Technik zu zeigen. Wir liefen quer durchs Gelände und da es um die Stadt herum überall sehr hügelig ist, gab es immer wieder Abhänge, wo er uns sein sportliches Können vorführen konnte. Ich merkte, dass Bertils Laune auf den Nullpunkt sank. Nicht, weil er neidisch war. Das ist er bestimmt nicht. Außerdem läuft er selbst sehr gut. Aber jedem, der Stiegs überhebliches Gesicht nach einem besonders eleganten Schwung sah, konnte die Galle überlaufen. Ich jedenfalls wünschte heiß und innig, dass er sich wenigstens einmal richtig blamierte. Wage nicht zu behaupten, die Gedanken hätten keine gemacht. Ich bin sicher, es war mein intensiver Wunsch. Allerdings in Verbindung mit einer tückischen Wurzel, die die Ursache seines Sturzes wurde. Kein besonders eleganter Sturz übrigens. Es war einfach plumps, paddauts. Ich glaube nicht, dass es auch nur einen unter uns gab, der nicht insgeheim tief befriedigt zusah, wie Stieg sich mühsam und die Baumwurzel verfluchend wieder aufrappelte und den Schnee vom Skianzug klopfte. Und ich dankte dieser kleinen Wurzel, die da im passenden Augenblick so geschickt ihre Nase aus dem Schnee gesteckt hatte. Nach diesem Vorfall kamen wir höchst munter und vergnügt bei der Hütte an. Und die Stimmung wurde nicht schlechter, nachdem wir im Kamin Feuer gemacht hatten, die Buchenscheite knisterten und unsere Brote und die Thermosflaschen auf dem Tisch landeten. Zwar qualmte es zuerst so heftig, dass man sich wie ein Bückling fühlte, aber das ging bald vorbei. Was bekommt man doch für einen Appetit beim Skilaufen? Wir aßen wie die Raubtiere. Als ich mir zwei große Schinkenbrote, ein Wurst und ein Käsebrot einverleibte und einen Riesenbecher voll Kakao getrunken hatte, richtete ich, noch immer hungrig, meine lüsternen Blicke auf den Brotteller und es gelang mir tatsächlich, in letzter Sekunde noch ein saftiges Ölsardinenbrot zu ergattern. Die Skihütte war urgemütlich, kann ich dir versichern, und wir fühlten uns wie zu Hause. Es war auch ein Grammophon da und wir tanzten ein Weilchen. Trotz der Skistiefel und obwohl die Schallplatten anscheinend aus der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts stammten, machte es einen Heidenspaß. Wenn du wüsstest, was Bertil für eine schöne Stimme hat. Als wir zusammen tanzten, sang er, lass uns im Walzertakt schweben und leg deinen Arm um mich. Und ich war nahe daran, ihn beim Wort zu nehmen. Dann legten wir Meerholz ins Feuer und setzten uns im Kreis vor den Kamin und redeten. Zuerst gab es die üblichen Flachsereien und mehr oder weniger geistreiche Sticheleien. Wir redeten über Schule und Lehre und kamen allmählich auf unsere Zukunftspläne. Ich möchte nicht mal das Abi machen, sagte Anastina. Ich möchte so schnell wie möglich heiraten. Aber wen? Das ist ja wohl das Wichtigste dabei, meinte Marianne. Mir scheint übrigens, so unglaublich es klingt, die Ärmste ist in Stieg verknallt. Jedenfalls kamen wir aufs Heiraten zu sprechen. Sag mal, fragte Anastina, welche Eigenschaften müssten eure zukünftigen unbedingt haben? Alle überlegten. Bertil war zuerst fertig. Sie muss treu sein. Sie muss gut kochen können, sagte Orke, der ein echter Vielfraß ist. Er muss Bücher und Kinder lieben, sagte ich. Er muss mich ewig lieben, wünschte sich Marianne. Er muss eine gesunde Seele und einen gesunden Körper haben und möglichst auch etwas Geld auf der Bank, verlangte Anastina. Stieg wippte auf seinem Stuhl vor und zurück. Er zeigte sein übliches, überlegenes Lächeln und als alle ihre Meinung geäußert hatten, sagte er schließlich, sie muss tanzen und flirten können und darf mir keine Szene machen, wenn ich mich mal ein bisschen mit anderen amüsiere. Pfui Teufel, rief Bertil. Wenn du schon mit 17 solche Ansichten hast, wie wirst du dann erst sein, wenn du älter bist? Noch zynischer und egoistischer natürlich, rief ich. Wir waren uns alle darin einig, dass Stiegs Einstellung verwerflich war. Besonders Marianne legte sich schwer ins Zeug. Ich glaube, sie fühlte sich irgendwie persönlich verletzt. Ihr seid alle einfach spießig, sagte Stieg. Und kindisch obendrein. Man muss das Leben realistisch sehen, so wie es ist. Ihr könnt mir glauben, es ist kein Gottesdienst. Da hast du ausnahmsweise mal recht, sagte Bertil. Aber es kann nie besser werden, wenn wir, die wir noch jung sind, schon so denken wie du. Bertil sah echt bekümmert aus. Ich weiß, dass das Lebensideal ein Thema ist, das ihm besonders am Herzen liegt. Wie auch immer. Die vergnügte Stimmung war dahin und wir beschlossen, nach Hause zu laufen. Die Sonne stand auch schon so niedrig, dass es höchste Zeit war. Der bittere Nachgeschmack, den Stiegs Äußerungen bei uns hinterlassen hatten, verschwand bald, als wir erst wieder auf unseren Schieren standen. Die Sonne sank und färbte den Schnee rosig und die Bäume und Büsche warfen blaue Schatten. Wir sausten mit hohem Tempo dahin. Bertil und ich liefen die ganze Zeit nebeneinander, sagten aber nichts. Als wir uns an der Gartentür bereits verabschiedet hatten, kehrte er noch einmal um und sagte, ich liebe Bücher. Und Kinder auch. Dann schwang er sich auf seinen Schieren herum und verschwand. Während ich mit offenem Mund dastand. Biss warnte, den Kopf aus dem Fenster steckte und sagte, nachdem du den armen Kerl in die Flucht gejagt hast, darfst du ruhig reinkommen. Er saß in der Küche und zog seine nassen Skistiefel aus und ich machte es genauso. Jerka sah uns verbittert zu. Die Volksschule hatte nicht sportfrei gehabt. Zum Abendessen hatte Maiken Förster Almquist eingeladen. Ich glaube ja eher, dass er sich selber eingeladen hatte. Diese Liebesgeschichte entwickelt sich absolut folgerichtig. Er scheint sofort Feuer gefangen zu haben. Und soweit ich es beurteilen kann, befindet er sich jetzt in einem Stadium der Überzeugung, ein so vollkommenes Geschöpf wie Maiken könne nur aus Versehen auf die Welt gekommen sein und gehöre eigentlich in die Sphäre der Engel. Und der Blick, mit dem Maiken ihn ansieht, bedeutet für die Zukunft des hackströmischen Haushaltes nichts Gutes. Bei Tisch herrschte fröhliche Stimmung und sie wurde noch fröhlicher, als Monika plötzlich ihren Schnabel öffnete und den Förster fragte, Svante sagt, dass du an Maiken verliebt bist. Bist du das? Maiken wurde rot. Und Svante und der Förster sahen ungefähr gleich verlegen aus. Mama rettete die Situation, indem sie schnell ein neues Thema ins Gespräch brachte. Und wir anderen verkniffen uns mit Mühe das Lachen. Keiner antwortet mir, wenn ich mal was frage, murmelte Monika beleidigt und leckte ihren Löffel ab. Als wir mit dem Essen fertig waren, sah Svante Monika an, schluckte seinen Vanillepudding runter und lachte los. Woran er dachte, war nicht schwer zu erraten. Sein schallendes Gelächter ging in Gekiche über, das er dann nicht mehr abstellen konnte. Er kicherte so haltlos, wie man, das weißt du ja selber, eben manchmal kichert. Natürlich begann auch ich zu kichern, obwohl ich mich ins Bein zwickte, um es bleiben zu lassen. Papa sah uns zwar streng an, aber es half nicht. Und Monika, die immer lacht, wenn andere lachen, verzog erst den Mund zu einem breiten Lächeln, das all ihre kleinen Zähnchen zeigte, und dann stimmte sie mit ein. Mitten in all dem Gekicher und Gelächter kam mir der Gedanke, es wäre interessant zu sehen, wie lange Mama ernst bleiben kann. Kaum hatte ich das gedacht, als die Frau Direktor schon ein helles Lachen hören ließ. Damit war die letzte Bremse gelockert. Wir alle lachten, auch Papa, bis wir weinten. Schließlich tupfte Papa die Tränen aus den Augen und sagte mit Blick auf Mama, ob es noch jemand gibt, der so schlecht erzogene Kinder hat wie wir. Das glaube ich nicht, sagte Mama, denn um so schlecht erzogen zu sein, mussten sie merkwürdigerweise erst gut erzogen werden. Was der Förster von all dem hielt, erfuhren wir leider nicht. Aber nachdem er gegangen war, sagte Maiken seufzend, ich kann genauso gut gleich ins Kloster gehen. Kein normaler Mann wird in dieser Familie einheiraten wollen. Worauf Monika unschuldsvoll wie ein kleiner Engel auf Maikens Schoß kletterte und sagte, dieser Onkel, der vorhin hier war und so rot im Gesicht wurde, hat er dich lieb? Svante sagt das. Da sprang Maiken wie von der Tarantel gestochen auf und Svante begriff, dass es Zeit war, sich in Sicherheit zu bringen. Er lief in Jerkas Rumpelkammer und schaffte es gerade noch, die Türen sich zu verschließen, bevor Maiken ihren Fuß dazwischen setzen konnte. Komm raus, du feiger Lump, schrie Maiken. Dann kannst du was erleben. Ich bin doch kontinuier, antwortete Svante. Ich warte auf bessere Zeiten. Da gab Maiken auf. Aber als Svante sich, müde von den Anstrengungen des Tages, gegen neun Uhr in das heiß ersehnte Bett fallen ließ, hatte ihm jemand zwei Reibeisen unter das Bettlaken geschoben. Er kam zu mir gelaufen und beschuldigte mich, ihm das wunde Hinterteil verpasst zu haben. Und ich machte ihm klar, dass er so einen Denkzettel eigentlich täglich verdiene, ich aber damit nichts zu tun hätte. Dann war es Maiken. Aber da sie zurzeit nicht zurechnungsfähig ist, verzeih ich ihr, sagte Svante großmütig und verschwand. Jetzt liegen die englische Grammatik und Karlsons Geografie vor mir und sehen mich so vorwurfsvoll an, dass ich glaube, für heute müssen wir uns verabschieden. Mit den herzlichsten Grüßen. Britt-Marie Dritter März, liebe Kaiser, du findest, du hättest lange auf Post warten müssen? Und ich finde, du hast recht. Zu meiner Entschuldigung kann ich nur sagen, wir haben unerhört viel in der Schule zu tun gehabt und dann haben wir Gäste. Schon seit einer Woche. Vier fremde Vögel haben sich in unserem Nest niedergelassen, um sich ein Weilchen bei uns zu erholen. Vier jüdische Flüchtlinge, um die sich Mama kümmert. Sie sind schon Sonntagabend gekommen. Eine Mutter mit ihren drei Kindern. Mein Kissen ist, glaube ich, noch immer feucht von all den vielen Tränen, die ich über ihr Schicksal vergossen habe. Darf ein Mensch auf dieser Welt überhaupt so todtraurige Augen haben wie diese Mutter? Und die Kinder? So blasse und frühreife Gesichtchen wie diese drei dürften Kinder nicht haben. Die beiden Mädchen schlafen bei mir im Zimmer. Und nicht mal im Schlaf finden sie Ruhe. Ich bin ganz verzweifelt, wenn ich sehe, wie sie immer gleichsam auf dem Sprung liegen, bereit, bei dem geringsten Geräusch aus dem Bett zu stürzen. Ihre Mutter ist eine tapfere Frau. Sie bemüht sich nicht zu verzweifeln, obwohl sie nicht weiß, wo ihr Mann ist und ob sie ihn je wiedersehen wird. Manchmal versucht sie sogar zu lächeln, aber ihre Augen. Die können wohl nie mehr lachen. Ich glaube, sie haben zu viel Schreckliches gesehen. Ihr junge Michael ist so alt wie Jerka und er wohnt auch mit ihm zusammen. Ihm sind die schweren Erlebnisse am wenigsten anzumerken und ich höre ihn und Jerka oft laut lachen. Aber das Kecke und Freimütige, das Jerka hat, das fehlt Michael. Kaiser, glaubst du daran, dass unsere Welt einmal allen Kindern Sicherheit und Geborgenheit bieten kann? Wir müssen daran glauben. Wir alle müssen versuchen, daran mitzuarbeiten. Wie soll man sonst das Leben ertragen? Dies ist ein trauriger Brief und doch nicht halb so traurig, wie ich mich fühle. Verzeih mir. Um unsere Gäste zu zerstreuen, veranstalteten wir gestern einen kleinen musikalischen Abend. Mama spielte Klavier und die kleinen Flüchtlingsmädchen spielten dann auch, sogar vierhändig. Und dann sangen wir, so wie wir es zu Hause gewohnt sind. Und Mama und ich und Jerka sangen erste Stimme. Maiken uns warnte zweite und Papa dritte. Unter anderem sangen wir, du kennst es bestimmt, freut euch des Lebens, solange noch das Lämpchen glüht. Pflücket die Rose, ehe sie verblüht. Als wir geendet hatten, war es lange sehr, sehr still. Nur unser lieber Gast, die tapfere Mutter, schluchzte leise. Oh Kaiser, ich werde diesen Abend nicht vergessen, solange ich lebe. Und ich wünsche brennend, wirklich von ganzem Herzen, dass das Leben dieser Frau eines Tages doch wieder freundlich wird und sie irgendwo ein Zuhause und Frieden findet. Morgen fahren sie alle an einen anderen Ort. Dort bleiben sie wieder eine Zeit, bis sie endlich irgendwo für immer bleiben können. Kein Zuhause zu haben, nicht das allerengste kleine eigene Heim. Ich kann mir kein traurigeres Schicksal vorstellen. Und wenn ich mich jetzt hier in meinen gemütlichen, sicheren vier Wänden umsehe, dann will mir das Herz fast überlaufen von Dankbarkeit für ein gütiges Schicksal. Gute Nacht, liebe Kaiser. Jetzt krieche ich unter meine Bettdecke, um mich richtig auszuweinen. Das brauche ich heute. Deine Brett Marie. 16. März. Hallo Kaiser. Ist der Frühling schon nach Stockholm gekommen? Ich kann leider auch nicht behaupten, dass er hier eingetroffen ist. Aber es hat angefangen zu tauen. Und das ist immer der erste Schritt in die erwünschte Richtung. Und manchmal klappt der Himmel die reinste Farbenmusterkarte auf. Als wolle er uns davon überzeugen? Ja. Doch. Es wird auch in diesem Jahr Frühling. Nur keine Bange. Frühling. Frühling. Ich muss es zweimal tippen, nur weil das Wort schon so freundlich aussieht. Und ich muss mich damit beeilen. Denn wer weiß, ob uns nicht schon morgen der Schneesturm des Jahrhunderts mit einem neuen Kälterekord für den Monat März überfällt. Das Leben ist nun mal voller Schrecken. Als wir uns gestern zum Abendessen niedersetzen wollten, stellte sich heraus, dass Jerka fehlte. Besonders ungewöhnlich ist das ja nicht. Denn wenn es einen Jungen gibt, der ohne Uhr, ohne Zwang und ohne Verpflichtung ein wildes glückliches Leben führt, dann ist es Jerka. Als sich der Uhrzeiger aber der Sieben näherte, begann Mama unruhig zu werden. Und Zwante und ich wurden als Suchtrupp ausgeschickt. Aber nein. In der Stadt und Umgebung war kein ungewöhnlich zahnloser Junge gesichtet worden. Wir mussten unverrichteter Dinge wieder heimkehren und Mama von unserem Misserfolg berichten. Sie fing prompt an zu weinen. Aber Maiken sagte ziemlich streng, bitte, lass das weinen, Mama. Der Junge wird jeden Augenblick hier sein. Der geht schon nicht verloren. Hoffentlich schaffe ich es dann noch, ihm eine Tracht Prügel zu verpassen. Denn ich habe mich bis jetzt in der Küche abgerackert. Nun machte sich Papa mit mir auf die Suche. Zwante hatte keine Zeit. Seine Schulaufgaben warteten. Beinahe eine Stunde lang liefen Papa und ich herum und befragten alle, die wir in der Stadt trafen. Als ich total fertig war, die Knie zitterten mir schon, sprach Papa einen Kollegen an und der erzählte beiläufig, es sollen ja Zigeuner in der Stadt sein. Die Sache ist klar, rief ich. Jerka ist ja ganz vernaht in Zigeuner. Komm Papa, wir gehen hin und holen ihn da ab. Die Zigeuner hatten ihr Lager am Stadtrand aufgeschlagen. Schon in einer Entfernung von zwei, dreihundert Metern hörte man tatsächlich Pferdeviren, Männerfluchen, Frauen schimpfen und Kinderschreien. Es wimmelte dann nur so von schwarzhaarigen Jungen und Mädchen. Papa guckte in alle Zelte und tatsächlich, in einem saß Jerka mit vor Begeisterung blanken Augen. Um ihn herum hockte wohl ein halbes Dutzend Zigeunerkinder. Alle waren offensichtlich dicke Freunde. Und es war jammervoll mit anzusehen, wie seine Begeisterung dahin starb, als er uns erblickte. Er kam zu uns gelaufen, sah aber recht ängstlich aus. Habt ihr etwa Sohn gegessen? fragte er. Ja, sagte ich. Nur im äußersten Notfall essen wir nämlich um zehn Uhr abends. Ist Mama traurig? erkundigte er sich besorgt. Ja, was glaubst du denn? erwiderte Papa. Da schoss Jerka wie ein Pfeil davon. Und als Papa und ich nach Hause kamen, lag er bereits in den Armen seiner glücklichen Mutter. Maiken wollte ihm wenigstens eine kleine Trachtprügel verpassen, aber das ließ Mama nicht zu. Sie sah Jerkas Rettung aus tausend Gefahren als etwas Unerklärliches und Wunderbares an und lief jetzt in die Küche, um ihrem verlorenen Sohn endlich etwas zu essen vorzusetzen. Kalbsbraten und Kartoffeln und Soße und Salzgurke und Butterbrot und Rhabarbercreme. Alles verschwand dann mit bemerkenswerter Geschwindigkeit in seinem zahnlosen Mund. So ist es recht, sagte Svante. Der verlorene Sohn kehrt heim und ihm wird nach biblischem Brauch ein gemästetes Keim vorgesetzt. Ja, wie gesagt, das Leben ist voller Schrecken. Unser alter Gärtner Ole ist gestorben. Er war ein Cousin von Alida und nicht ganz richtig im Kopf, aber ein herzensguter Mensch und trotz seiner geistigen Beschränktheit sehr philosophisch. Ich betrauere ihn, wie man einen Menschen betrauert, den man sein Leben lang um sich gehabt hat. Einmal vor langer Zeit hat er mir ein Puppenbett gezimmert. Das werde ich nie vergessen. Alida hat ihn aufrichtig beweint. Teils, weil sie ihn wirklich gern gehabt hat, teils, weil sie so gern weint. Sie hatte auch Trauerkleidung angelegt, aber als sie neulich in der Küche Fleischklößchen brät, fiel ihr etwas Schlimmes ein. Ja, bin ich denn verrückt. Jetzt, wo Ole gestorben ist, habe ich rote Schlüpfer angezogen. Danach brach sie in bittere Tränen aus. Wenn Ole sie gesehen hätte, sicherlich hätte er, wie so oft in seinem Leben gesagt, so ist es recht. Frauen müssen weinen. Den dritten Schock erfuhr ich heute und das war so unangenehm, dass ich dir kaum davon erzählen mag. Ich hatte etwas für Mama besorgt und als ich auf dem Heimweg an der Pension vorbeikam, in der Marianne wohnt, stand Stieg Henningson vor der Haustür. Hallo, Britt-Marie, rief er. Das trifft sich gut. Marianne möchte dich nämlich sprechen. Mir kam das zwar komisch vor, denn ich hatte mit Marianne doch erst kurz zuvor in der Schule gesprochen, aber ich stiefelte trotzdem die Treppen hinauf, um zu hören, was sie von mir wollte. Und Stieg folgte mir. Du erinnerst dich noch, dass er bei derselben Wirtin wohnt wie Marianne. Wir gingen zusammen in die Wohnung. Aber Marianne war nicht da. Übrigens auch kein anderer Mensch. Sie ist in meinem Zimmer, sagte Stieg. Ich wusste nicht recht, ob ich ihm glauben durfte, ging aber trotzdem hinein, um nachzusehen. Das Zimmer war leer. Dann ist sie wohl inzwischen wieder gegangen, sagte Stieg mit einem Achselzucken und machte die Tür hinter sich zu. Ich finde dich einfach umwerfend süß, Britt-Marie, sagte er gegen die Tür gelehnt. Mich interessiert nicht, was du findest, fuhr ich ihn an. Lass mich raus. Nicht so eilig, sagte er lachend. Wir können uns doch wohl erst ein Weilchen unterhalten. Es gibt nichts, worüber ich mich mit dir unterhalten möchte, antwortete ich. Ich gehe. Das bezweifle ich, sagte er mit einem infamen Lächeln und kam näher. Du musst nicht so zickig sein, Britt-Marie. Was sollen Männer denn von dir halten, wenn du nicht freundlicher und ein bisschen zugänglicher wirst? Was Männer von mir halten oder nicht, weißt du doch nicht, schrie ich wütend. Du bist ja immer noch ein grüner frecher Lümmel. Mit diesen Worten griff ich nach der Klinke. Da packte er mich. Aber Svante und ich haben schließlich nicht vergeblich Jiu-Jitsu geübt. Und dann beherrscht man ja auch noch ein paar selbsterfundene Griffe. Ich kam frei und stürzte aus der Tür, wütend wie eine Wespe und mit zerzausten Haaren. In diesem Augenblick kam Orke nach Hause. Er wohnt auch in Frau Lindenbergs Pension, die eigentlich mehr ein Schülerhotel ist. Am liebsten hätte ich Orke gebeten, mir zu helfen, Stieg gründlich zu verdreschen. Aber mag der nette kleine Orke sein, wie er will. Ein streitbarer Held ist er jedenfalls nicht. Deshalb rannte ich ohne ein Wort an ihm vorbei. Ich kochte vor Wut. Wenn ich nicht überkochen wollte, war ich gezwungen, jemandem mein Herz auszuschütten. Und darum erzählte ich zu Hause Svante alles. Geh raus und fäll ein paar Bäume, sagte er, denn er sah, dass ich für meine Wut ein Ventil brauchte. Aber dass er selbst mindestens genauso wütend war wie ich, das tat mir doch sehr wohl. Ein Jammer, dass man erst 14 ist. Sonst würde ich diesen Schuft zum Moos schlagen, seufzte er. Mach dir meinetwegen keine Sorgen, sagte ich. Früher oder später rechne ich schon selber mit ihm ab. Das Leben ist voller Schrecken. Kaiser, glaub den Worten deiner hartgeprüften Britmarie. 2. April Was habe ich gesagt, Kaiser? Was? Habe ich gesagt, dass das Leben voller Schrecken ist oder nicht? Aber da wusste ich noch gar nicht, wie recht ich damit hatte. Verstehst du, warum man nicht froh sein darf? Wenn es doch so schön ist, froh zu sein und so traurig, traurig zu sein. Wahrscheinlich soll man geläutert werden. Ich bin geläutert. Vielleicht ist das besser, ich erkläre dir alles näher. Du fragst dich wohl, was passiert sein kann? Oh, es geht nur darum, dass mein ganzes Leben zerstört ist. Um nichts weiter. Sonst ist nichts passiert. Keine Naturkatastrophe oder Morddramen, soweit mir bekannt ist. Die anderen Menschen sehen alle aus, als sei die Welt ein ausgesucht schöner Ort. Und nur ich allein kenne die bittere Wahrheit. Sie ist ein Jammertal. Du hast richtig geraten. Ich habe Liebeskummer. So etwas kann man nur einer Gleichaltrigen anvertrauen. Erwachsene können nie im Leben verstehen, dass man wegen Liebeskummer zu Tode betrübt und verzweifelt sein kann. Wenn die wüssten, wie weh es im Herzen tut, meine ich. Ich glaube, meine Leiden würden in einem Vergleich mit den allerberühmtesten Liebestragödien nicht schlecht abschneiden. Bertil kümmert sich nicht mehr um mich. Jawohl. Da steht es jetzt. Schwarz auf weiß. Bertil kümmert sich nicht mehr um mich. Nur sieben kleine Wörter und doch so schwer zu schreiben. Es ist, als hätten wir nie zusammen den Mond angeschaut, wären nie zusammen in der Natur herumgestreift oder hätten nie zusammen getanzt oder wären nie zusammen Ski gelaufen. Ich frage mich manchmal, ob ich das nicht alles nur geträumt habe. Wenn ich abends in mein Bett gekrochen bin, liege ich da und quäle mich selbst. Warum? 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 Um aller heiligen Willen. Warum sieht er mich nicht mehr? Ich habe versucht, ihn allein zu treffen, um ihn gerade heraus danach zu fragen. Aber er weicht mir aus. Und treffen wir uns zufällig, dann grüßt er eiskalt und geht weiter. Und ich schleiche nach Hause und starre in den Spiegel, um zu sehen, ob ich schon graue Haare finde. Sollte er aber eine andere gefunden haben, die ihm besser gefällt, dann müsste er es mir doch sagen. Er, der den Wahlspruch hat, treu sein ist alles und der so aufrichtig ist. So darf er sich einfach nicht benehmen. Aber er tut es trotzdem. Wenn ich bloß wüsste, warum. Ach, jetzt fange ich schon wieder an. Manchmal reiße ich mich zusammen und frage mich, hast du denn gar keinen Stolz? Hängst nur rum und grämst dich halbtot wegen eines Menschen, der dich so behandelt. Und dann muss ich mir ganz geknickt eingestehen, nein, ich habe keinen Stolz. Na, genug davon. Man muss wohl trotzdem weiterleben. Ich laufe zwischen meinen Angehörigen herum und versuche auszusehen, als wäre nichts geschehen. Ich bin sogar netter als sonst, damit niemand Verdacht schöpft. Aber Papa sieht mich manchmal so forschend an. Und als ich neulich direkt ausgelassen war, sagte Mama besorgt, sag mal, Britt-Marie, warum bist du eigentlich so traurig? Man ist also doch nicht die große Schauspielerin, für die man sich gehalten hat. Und es gab einen Platzregen, als ich mich danach in meinem Zimmer ausweinte. Denn wenn ich etwas nicht ertrage, so ist das, wenn man Mitleid mit mir hat. Herzliches Beileid also verbeten. Das gilt auch für dich, Kaiser. Bitte, vergiss es nicht. Aber gestern war der 1. April und man kann ja nicht wie eine Priesterin der Trauer durchs Haus wandern, wenn alle Geschwister förmlich aus dem Häuschen sind. Svante hatte bestimmt die ganze Nacht wachgelegen, um sich originelle April-Scherze auszudenken. Er hatte vormittags frei und konnte deshalb schon in aller Frühe mit seinem Unfug beginnen. Wir haben zwei Telefone im Haus. Papa muss in seinem Zimmer nämlich einen eigenen Anschluss haben. Gegen 9 Uhr klingelte der Apparat in der Diele und Maiken nahm den Hörer ab. Hallo, sagte eine tiefe Männerstimme. Hier ist die Prüfstelle. Wir müssen Ihren Apparat überprüfen. Würden Sie bitte einmal A sagen? Maiken hatte sicherlich vergessen, was für ein Datum wir hatten, denn sie sprach gehorsam nach. A? Lauter bitte, sagte die Prüfstelle. A? Sagte Maiken mit erhöhter Stimme. Noch lauter bitte, wünschte die Prüfstelle. A? Schrie Maiken jetzt so laut, als gäbe sie einer ganzen Kompanie den Befehl zum Angriff. Sehr gut, sagte die Prüfstelle. Nun strecken Sie bitte die Zunge raus. Was soll ich jetzt? fragte Maiken völlig verwirrt. Ja, was sind denn das für Dummheiten? Da kicherte die Prüfstelle und prustete mit Zwantes unverstellter Stimme hervor. April, April! Dieses Telefongespräch hat Maiken schwer mitgenommen und sie schwor, an Zwante Rache zu nehmen. Bald sollte auch ich an der Reihe sein, ihm Rache gut zu schreiben. Als ich nachmittags nach Hause gekommen war und friedlich bei meinen Schularbeiten saß, klingelte es. Ich ging hin und öffnete. Vor der Tür stand ein kleiner Junge, der Volke heißt. Volkes Mutter ist reinemacher Frau bei meiner Direktorin und wohnt in demselben Haus wie sie. Und nun sagte Volke zu mir, Britte Marie soll sofort zur Direktorin kommen. Als selbstverständlich war ich misstrauisch und fragte, warum schickt sie dich denn? Sie kann doch anrufen. Ihr Telefon ist aber kaputt, sagte Volke. Da ging ich natürlich hin. Schmutzig und matschig war es auf den Straßen und der Weg zur Direktorin ist ziemlich weit. Mühsam stapfte ich dahin und überlegte bei jedem Schritt, was ich wohl angestellt haben könnte. Schlimm musste es sein, wenn die Direktorin mich so dringend sprechen wollte. Ich klingelte und Frau Lund öffnete mir sogar persönlich. Nach einem Knicks sah ich sie fragend an und sie sah mich fragend an. Was hast du denn auf dem Herzen, Britte Marie? Sie wollten mich sprechen, Frau Lund? Nein, das wollte ich nicht. Aber vielleicht wollte dich der 1. April sprechen, antwortete sie lächelnd. Na, warte, es warnte, dachte ich. Weh dir, wenn ich dich erwische. Denn natürlich gab es keinen Zweifel, wer mich reingelegt hatte. Ich stammelte eine Entschuldigung und das Ergebnis war, dass Frau Lund mich zum Kaffee einlud. Da es sogar Kuchen dazu gab, war der April-Scherz im Grunde daneben geraten. Denn ich hatte es nur nett. Aber Rache musste selbstverständlich doch sein. Ich ging nach Hause und Maiken und ich steckten unsere klugen Köpfe zusammen. Uns fiel jedoch um die Welt nichts ein, womit wir Svante eins auswischen konnten. Da geschah folgendes. Mama schickte Svante nach dem Essen mit einem Buch zu Tante Lila. Nun ist es mit Tante Lila so. Sie ist unheimlich nett und lieb. Aber sie redet wie ein Wasserfall. Und dann besitzt sie zahllose Familienalben, deren Fotos sie nur zu gern zeigt. Ich habe alle Fotos in allen Alben schon zweimal über mich ergehen lassen müssen. Deshalb weiß ich, dass es Blinddarmentzündungen gewesen sind, die ihren Cousin Albert auf das Sterbebett geworfen hat und dass eine heftige Lungenentzündung Tante Klara dahin gerafft hat. Sie hat sowohl Klara als auch Albert in mehreren Fotos getreulich aufbewahrt. Neben den Abbildern von etwa 95 anderen Verwandten, die alle in ihren Alben kleben. Nachdem Svante mit Protest und Gemaule, denn er fürchtet Tante Lilas Geplapper wie die Pest, gegangen war, flammte ein Genieblitz in meinem Hirn auf. Ich stürzte ans Telefon, rief Tante Lila an und erzählte ihr, dass Svante mit einem Buch auf dem Weg zu ihr sei. Tantchen, du weißt doch, wie schüchtern Svante ist, fuhr ich fort. Nun ist es so, er möchte dich so gern um etwas bitten, wird es aber nicht wagen. So, 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 gluckste Tante Lila. Was will er denn? Ach, Tantchen, du wirst das verstehen. Er möchte wahnsinnig gern einmal die tollen Fotoalben sehen, von denen ich ihm so viel erzählt habe. Aber du wirst ja wohl kaum Zeit haben, oder, Tantchen? Aber, ja, natürlich habe ich dafür Zeit, sagte Tante Lila schnell. Das ist mir doch ein Vergnügen. Oh, danke, vielen Dank, liebes Tantchen, sagte ich. Und noch etwas, wenn du schon so lieb bist, kümmere dich nicht darum, wenn er es energisch ablehnt. Das tut er nur aus Höflichkeit. Dann zogen Maiken und ich uns die Mäntel an und verließen das Haus. Und so viel Spaß, wie in der nächsten Stunde hatte ich nicht mehr, seit ich als kleines Kind zum ersten Mal im Zirkus war. Ich vergaß alles. Sogar mein gebrochenes Herz. Tante Lila wohnt im Parterre und hatte ihre Jalousien noch nicht heruntergelassen. Wir konnten also unser unglückliches Opfer gut beobachten. Da saß er und rutschte hin und her, wälzte sich auf dem Stuhl herum und neben ihm saß Tante Lila mit fünf Fotoalben, die sie langsam von Deckel zu Deckel durchblätterte. Manchmal legte sie eine Pause ein und uns war völlig klar, dass dann ein Vortrag über einen der vielen bemerkenswerten Verwandten fällig war. Nach einer guten Stunde wankte Svante aus dem Haus und wir hörten, wie Tante Lila ihm noch aus der Tür nachhief, dass Cousin Albert, wenn er rechtzeitig zum Arzt gegangen wäre, heute noch leben könnte. Nachdem Svante etwa 25 Meter gegangen war, schlichen wir beide näher und nahmen ihn in unsere Mitte. Hallo, mein lieber Kleiner, sagte Maiken. Ich wusste ja gar nicht, dass du dich so für Fotoalben interessierst. Na, Svante? War doch ein spannendes Erlebnis, nicht? fragte ich. Wir hatten ihn untergehakt und schleppten ihn im Triumph nach Hause. Er zappelte und wehrte sich. Aber was konnte er schon gegen zwei so resolute Schwestern ausrichten? Zu Hause angekommen, trugen wir ihn in sein Zimmer und stopften ihn, so wie er war, ins Bett. Dann setzten wir uns auf ihn und riefen, April, April. Wir hatten Rache genommen. Aber heute haben wir den zweiten April und alles ist trostloser als je zuvor. In meiner Verzweiflung habe ich mich zu etwas hinreißen lassen, wovon ich sonst gar nichts halte. Wenn du mir versprichst, keinem Menschen etwas davon zu verraten. Also, ich bin bei einer Wahrsagerin gewesen. Du weißt, wenn es auf unserem Weg dunkel ist und uns kein Stern der Hoffnung mehr leuchtet, dann suchen wir im Übernatürlichen Klarheit zu finden. Damit will ich natürlich nicht behaupten, dass größer Tilda irgendwie übernatürlich wäre. Übernatürlich schmutzig ist sie. Aber das ist doch das einzige Übernatürliche an ihr. Trotzdem, dachte ich, kann sie ja in ihren schmierigen Karten etwas Tröstliches für mich lesen. Ich überredete, an Astina mitzugehen, was übrigens nicht besonders schwierig war. Größer Tilda wohnt in einem klitzekleinen baufälligen Häuschen am Stadtrand. Eine Gegend, die das Elend genannt wird. Es ist unser Slum und fast so malerisch wie eure Altstadt. Die behäbigen kleinen Häuschen lehnen sich aneinander, was recht praktisch ist, denn so können sie nicht umfallen. Hier wohnen, wie du dir denken kannst, nicht gerade die oberen 10.000 unserer Stadt, sondern da haust ein richtiges Gesindel. Und unser Bürgermeister sagt, wenn es das Elend nicht gäbe, dann wäre die Polizei in der Stadt überflüssig. Dorthin lenkten wir also unsere Schritte. Es war schon ziemlich dunkel, aber zum Glück leuchteten bereits die Straßenlaternen. Im Elend gab es nur wenige und mir wurde tatsächlich etwas gruselig zumute. Ich griff in meine Manteltasche, um mich zu vergewissern, dass ich mein Geld noch hatte. Als wir endlich größer Tildas Häuschen erreicht hatten, wo man im Flur mit Mühe gerade noch aufrecht stehen konnte, atmeten wir erleichtert auf. Zaghaft, aber voller Spannung klopften wir an ihre Tür. Nach einer Weile steckte größer Tilda misstrauisch den Kopf heraus und ich fuhr erschrocken zurück. Wenn du das Musterexemplar einer Wahrsagerin sehen möchtest, dann geh zu größer Tilda. Krumm und hakenasig und dreckig. Kautabaksoße in den schiefen Mundwinkeln und eine krächzende Stimme. So sieht sie aus. Und das ganze Gewusel im Zimmer passte zu ihr. Drei schwarze Katzen, der Kaffeekessel auf dem Herd und ein schmieriges Kartenspiel auf dem Tisch, der im Übrigen beladen war mit schmutzigen Tassen, leeren Bierflaschen, Kartoffelschalen und sonstigem Krempel. Mir wurde zuerst prophezeit. Die Alte fegte eine Ecke des Tisches mit dem Arm frei und legte mir die Karten. Täubchen, sagte sie in einem Tonfall, der wie eine Drohung klang. Du wirst mal reich heiraten, dachte ich. Sie weiß also nicht, dass ich in der Blüte meiner Jugend an gebrochenem Herzen sterben muss. Ein dunkler Mann kommt in euer Haus, sagte sie. Das ist der Bierkutscher, dachte ich, sagte aber nichts. Ein großes Missverständnis liegt zwischen dir und deinem Herzensherrn, fuhr sie fort. Was für eins, schrie ich. Was für ein Missverständnis. Täubchen, krächzte größer Tilda wieder in einem Ton, das ich zusammenzuckte. Nicht fragen. Zu gegebener Zeit klärt sich alles auf. Dann faselte sie noch eine Menge von einem Brief, der über das Wasser kommen werde und einem rosigen Weg, den ich gehen dürfe. Mich interessierte aber nur das Missverständnis, von dem sie gesprochen hatte. Während des ganzen Heimweges grübelte ich darüber nach und Anastina war richtig sauer, weil ich nicht an ihrer Freude darüber teilnahm, dass sie eine hochgestellte Persönlichkeit heiraten würde. Ein Missverständnis. Glaubst du, das könnte das sein? Darüber denkt nach. Ein sehr betrübtes Täubchen. 17. April. Liebe Kaiser, es ist Frühling. Es ist wahr und wahrhaftig Frühling. Wahrscheinlich der schönste Frühling in der Geschichte der Menschheit, da bin ich sicher. Oder jedenfalls in Britt-Marie Hackströms Geschichte, um allen Übertreibungen einen Regel vorzuschieben. Bin ich es gewesen, die in jungen Jahren an gebrochenem Herzen sterben wollte? Liebste Kaiser, das ist aufgeschoben worden. Erheblich aufgeschoben. Das Herz weigert sich einfach in dieser Zeit des Jahres zu brechen. Wie kann es auch brechen, wenn morgens die Stare vor meinem Fenster so lebenslustig zwitschern und die Krokusse und Schneeglöckchen überall ihre Köpfe den Sonnenstrahlen entgegenrecken? Nun ja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, kann ich nicht allein die Stare und Krokusse für meine gute Laune verantwortlich machen. Natürlich hat Bertil auch einen kleinen Anteil an der Verbesserung. Größer Tilda hat recht gehabt. Alles war nur ein Missverständnis. Oder vielleicht könnte man besser von einer niederträchtigen Gemeinheit sprechen. Kann ich dir zumuten, es dir anzuhören? Also weißt du, gerade als ich die Grenze erreicht hatte, an der man sich überlegt, was besser ist, ins Wasser zu gehen oder ein Viertelpfund erstklassiges Rattengift zu schlucken, kam Svante in mein Zimmer gestürzt. Das war gestern Abend. Er fletschte die Zähne, stampfte herum wie ein wilder Stier und tobte. Dieser Schuft! Dieser Schuft! Dieser hundsgemeine Kerl! Wer denn? fragte ich. Stieg Henningson! Warum um Himmels Willen? Wieso denn? fragte ich wieder. Und dann erfuhr ich es. Ich hoffe, dass wir schon so weit gute Freundinnen sind, dass auch du eine Gänsehaut kriegst, wenn ich dir jetzt alles erzähle. Stieg Henningson ist zu Bertil gegangen und hat ihm schmutzige Dinge über mich erzählt. Du erinnerst dich doch, dass er mich neulich in sein Zimmer gelockt hat. Zu Bertil hat er gesagt, ich sei in voller Absicht zu ihm gekommen. Freiwillig. Und ich wäre so eine, der man nicht trauen könne. Bertil glaubte ihm natürlich nicht. Aber da holte Stieg Orke als Zeugen dafür, dass ich aus seinem Zimmer gekommen war. Jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, koche ich wieder vor Wut wie ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Ich kann immer noch nicht fassen, dass jemand zu so einer Niedertracht fähig ist. Jetzt hat Orke das alles Svante erzählt. Armer Orke. Er war völlig verstört über die ganze Geschichte. Nachdem Svante mir alles, was er wusste, berichtet hatte, saß ich da, als hätte ich eins über den Schädel bekommen. Aber dann begann ich nachzudenken. Und das tat weh. Ja, ich war verletzt, gekränkt und verstört, weil Bertil mir so etwas zutraute. Und weil er nicht mit mir darüber gesprochen, sondern mich ungehört verurteilt hatte. Warum bin ich nicht schon 18 und stark wie ein Ochse, jammerte Svante. Ich kann ihn nicht verprügeln und wenn ich es noch so gern möchte. Und plötzlich setzte er hinzu. Jetzt gehe ich zu Bertil. Das tust du nicht, schrie ich und sprang auf. Denn ich war voller Verzweiflung und Wut und dachte, es geschehe Bertil ganz recht, die Wahrheit erst dann zu erfahren, wenn ich auf der Bahre lege. Bleich, schön und mit gebrochenem Herzen. Aber Svante hatte seine eigenen Pläne. Er zog sich die Mütze energisch ins Gesicht und lief in die Frühlingsdämmerung hinaus. Mein Rufen und Schrein nützten nichts. Das alles passierte gestern Abend. Inzwischen hat sich der letzte Akt des Dramas abgespielt. Und zwar auf unserer Bank an der Flusskrümmung. Aber da war der Schurke des Dramas nicht dabei. Da waren wir zwei allein. Und das kam so. Nachdem ich mich den ganzen Tag über mit Svante gezankt hatte, weil er zu Bertil gelaufen war, beschloss ich spazieren zu gehen, um meine ausgefransten Nerven etwas zu beruhigen und, nun ja, vielleicht hoffte ich auch, eine gewisse Person zu treffen. Außerdem war der Himmel türkisfarben und die Weiden unten am Fluss pranken schon im schönsten Kätzchenschmuck. Ich traf ihn genau an der Flusskrümmung. Und du hast noch nie einen Menschen gesehen, der so unglücklich aussah wie er, als er mich um Verzeihung bat, dass er an mir gezweifelt hatte. Er sagte, gerade weil ihm die Treue über alles gehe, sei er total durchgedreht, als Stieg ihm seine Lügengeschichte aufgetischt habe. Eigentlich hörte ich ihm gar nicht richtig zu. In mir sang und klang es. Und ich hätte ihm auch verziehen, wenn er mich für Messer Lina oder sonst ein lasterhaftes und verrücktes Frauenzimmer gehalten hätte. Es kam auch heraus, dass er Stieg aufgesucht und mit ihm abgerechnet hatte. Nach seinem Gesichtsausdruck zu urteilen, kann diese Abrechnung nicht besonders angenehm für Stieg ausgefallen sein. Dann saßen wir dort auf der Bank. Eine Stunde. Zwei Stunden. Und redeten. Wir hatten uns ja so viel zu sagen. Plötzlich kam Svante vorbei, grinste, bis über beide Ohren zog seine Mütze und sagte, hört mal, im Kino gibt's zwei Herzen im Dreivierteltakt. Da gehört ihr hin. Dieser Frechdachs. Aber ich sagte keinen Pieps, denn sonst hätte Bertil vielleicht gedacht, ich wäre doch nicht so nett und liebenswürdig, wie ich es im Grunde ja bin. Nachdem Svante einen Stein ins Wasser geworfen hatte und verschwunden war, sagte Bertil, ich will Ingenieur werden. Er sagte das so leicht hin, wie um anzudeuten, dass er nur so nebenbei von seinen Zukunftsplänen spreche. Ach ja, sagte ich, das ist bestimmt ein schöner Beruf. Ingenieur. Aber es wird ziemlich lange dauern, sagte Bertil. Ja, sagte ich, es wird wohl ziemlich lange dauern. Und als ich das sagte, fühlte ich mich unheimlich glücklich und froh. Und es machte mir gar nichts aus, wie viele Jahre es dauern würde. Denn jetzt, wo ich nicht mehr in der Blüte meiner Jugend zu sterben gedenke, habe ich ja noch massenhaft Zeit. Und Bertil auch. Jetzt weiß ich genau, was du denkst. Diese Britmarie ist ja total verdreht. Da ist sie gerade 15 und faselt schon davon, auf einen Jungen warten zu wollen, der mal Ingenieur werden will. Einfach kindisch, denkst du. Leugne es nicht. Aber darauf muss ich dir Folgendes antworten. Erstens hat er mich gar nicht gebeten zu warten. Und zweitens habe ich ihm nicht versprochen zu warten. Wir haben uns ja keine heiligen Eide geschworen. Und natürlich weiß ich ganz genau, dass ich noch eine Menge junger Männer kennenlernen werde. Und eher noch eine Menge junger Mädchen. Bevor einer von uns beiden wirklich weiß, wer der oder die Richtige ist. Ich weiß, so wird es kommen. Und so wird es auch gut sein. Na und? Gibt es nicht genug Beispiele dafür, dass sich zwei Menschen schon in der Schulzeit gefunden haben und dann ein ganzes Leben lang zusammengeblieben sind? Liebste Kaiser, denk mal nach und gib zu, dass du davon schon gehört hast. Ich verlange ja nicht, dass du Beispiele dafür in deinem nächsten Verwandtenkreis findest. Aber vielleicht besinnst du dich, dass es sich irgendwo in Europa, so Anfang des 19. Jahrhunderts, schon mal ereignet hat. Und außerdem, warum darf man sich nicht einbilden, was man will, wenn der Frühlingsabend so lau und lieblich und man selbst erst 15 ist? Ist es denn nicht, das unantastbare Recht der Jugend träumen zu dürfen? Vielleicht wird das Leben meine Träume mit harten Fäusten zerschlagen. Ich weiß es nicht. Und es kümmert mich jetzt auch nicht. Denn gerade jetzt, verstehst du Kaiser? Gerade jetzt ist es doch so herrlich zu leben. Vor meinem Fenster steht der Frühlingsabend. Der blaueste aller blauen Frühlingsabende, den ich bis jetzt erlebt habe. Der Faulbaum hat große Knospen. Der Apfelbaum drängt danach, seine Blütenpracht zu zeigen. Und wenn ich die Nase aus dem Fenster stecke, dann merke ich, wie alles nach Frühling riecht. Das ganze Haus schläft bereits, aber die vorsäugliche gepriesene Maiken hat ein letztes kleines Feuerchen in meinem Ofen angemacht. Noch ist nämlich der Frühling nicht bis ins Haus gedrungen. Alles ist so still, so friedlich, so lieblich. Kaiser, hast du einmal daran gedacht, wie viel an Duft und Farben und Formen und Tönen es eigentlich gibt und wie schön es ist, die fünf Sinne zu besitzen, mit denen man das alles in sich aufnehmen kann? Ich erinnere mich nicht, meine Sinne jemals so bewusst gespürt zu haben wie heute Abend. Stell dir vor, Kaiser, man nimmt den Duft des ersten Leberblümchens, den von Monikas Nacken, wenn sie frisch gebadet ist, vom Tannenbaum am heiligen Abend, von frisch gebackenem Weißbrot und mischt das mit dem Knistern des Feuers an einem Herbstabend, dem Streicheln von Mamas Hand, wenn man sehr traurig ist, dem Violinkonzert von Beethoven, dem Ave Maria von Schubert, dem Rauschen des Meeres, dem Licht der Sterne, dem leisen Glucksen des Flusses, dem verschmitzten Humor von Papa und füge außerdem noch ein klein wenig von allem Schönen, Guten und Lustigen auf dieser Welt hinzu. Glaubst du nicht auch, dass man dann eine Mischung gefunden hätte, die die allerbeste Medizin gegen Kummer und Schmerzen und Sorge und Not wäre? Man sollte sie in Krankenhäusern ausprobieren. Jetzt hättest du mich für total übergeschnappt. Nein, Kaiser, ich bin nicht übergeschnappt. Ich bin nur so unvorstellbar, wahnwitzig, irreglücklich. Und es ist herrlich, herrlich, herrlich zu leben. Als ich ganz furchtbar verzweifelt war, versuchte ich mich damit zu trösten, dass es diese Erdkugel in ein paar Billionen Jahren gar nicht mehr gibt und dass es dann ja ganz egal ist, ob einer Britt-Marie Hackström in einem Frühling, als sie 15 Jahre alt war, das Herz sehr, sehr wehgetan hat. Ich versuchte außerdem mir einzureden, dass überhaupt nichts von Bedeutung ist. Aber ich wusste die ganze Zeit, dass das falsch war. Auch wenn mein Leben nur wie der allerkleinste Tropfen im Meer der Zeit ist, so ist es doch ungeheuer wichtig, dass ich glücklich bin und dass ich treu und zuverlässig bin, dass ich arbeite und dass ich das Leben liebe. Glaubst du das nicht auch? Deine gerade jetzt intensiv lebende Freundin, Britt-Marie. PS. Ja, du hast recht. Richtig normal bin ich heute Abend nicht. Verzeih mir. PPS. Tatsächlich nicht normal. PPPS. Als ich nach Hause ging, sah ich im Vorüberhuschen Stieg Henningson. Sein linkes Auge war blau, wie ein prächtiges Pfeilchen. Und du kannst mir glauben, es stand ihm richtig gut.